Hallo und herzlich willkommen hier zur nigelnagelneuesten Ausgabe des Tele-Stammtisch. Diese Ausgabe steht im Zeichen der Umbrella Academy. So viel möchte ich an der Stelle nämlich schon mal sagen. Wir wollen uns heute sehr ausgiebig über die sowohl Comicserie The Umbrella Academy unterhalten, als auch die jetzt am 15. startende Serie, die bei Netflix eben jetzt ins Programm aufgenommen worden ist, also quasi die Serienumsetzung des Comics. Und, das möchte ich an der Stelle auch betonen, wir haben beides vorab zur Verfügung gestellt bekommen. Das heißt sowohl den ersten und den zweiten Band der neuen Edition, also quasi der deutschen Comic-Ausgabe, die es bei CrossCold ganz aktuell gibt, dieses da ist uns eben zur Verfügung gestellt worden, konnten wir also schon reinlesen, noch vor Marktstart, beziehungsweise der erste Band ist glaube ich neu aufgelegt worden, den gab es schon mal und der zweite kommt eben jetzt auch, ganz bald dann auch der dritte. Die ersten beiden Wände haben wir also vorab bekommen und wir konnten uns auch die zehn Folgen der ersten Staffel von The Umbrella Academy bereits vorab angucken, denn da war Netflix so freundlich, uns eben da die Zugangsdaten entsprechend zu geben und wir haben uns das auch schon reingeballert, wobei man das auch ein bisschen relativieren muss, denn ich bin wohl der Einzige, der es geschafft hat, bloß siebeneinhalb Folgen von der kompletten Serie zu sehen. Im Gegensatz zu meinen erlesenen Gästen, die mitten im Thema stecken, teilweise die Serie schon länger kannten, also insbesondere die Comicserie und eben auch alle Folgen gesehen haben. Und wir beginnen mit der Dame. Die Dame, die uns bei der letzten Ausgabe sehr deutlich gemacht hat, dass sie so ziemlich jede Superheldenverfilmung gesehen hat, auch Vergleiche ziehen kann, definitiv die aktuellen Veröffentlichungen bei Netflix und Co. alle kennt und die auch regelmäßig Comics liest. Moin Pia. Hallo. Hallo. Guten Abend. Der zweite Teilnehmer bzw. Gast hier in dieser Runde ist jemand, der den Comics sogar schon gelesen hatte bzw. den ersten Band schon gelesen hatte, bevor klar war, dass wir hier irgendwas in der Richtung machen werden. Er ist definitiv ein Comic-Fan, kennt gefühlt jeden Comic der letzten Jahre in- und auswendig, weiß teilweise eben auch, welche kreativen Köpfe dahinter stecken und ja, gibt entsprechend einfach auch gutes Geld im Monat dafür aus, dass er eben Comics lesen kann. Moin Patrick. Hi. Auch du hast dir die Serie schon angeschaut und ich bin mal gespannt, wie du so die Vergleiche ziehst, vielleicht auch wie die Umsetzung dann gelungen ist. Der dritte in der Runde ist jemand, der natürlich auch Comic-Fan ist, der natürlich auch Filme guckt, der natürlich auch Serien guckt, das ist klar. Aber was ihn hier an dieser Stelle besonders qualifiziert, heute dabei zu sein, ist, dass er auch Comics zeichnet. Er ist definitiv ein kreativer Kopf, kann sowohl zu Designs als auch zu Zeichnungen was sagen, hat aber auch Erfahrung im Videoschnitt und Video-Editing bzw. glaube ich sogar mit Aufnahmen selbst und hat da auch so ein bisschen eben eine Möglichkeit, uns mitzuteilen, wie er denn jetzt vielleicht auch die technische Umsetzung sowohl des Comics als eben auch der Serie fand. Moin Marc. Grüße. Guten Tag. Sehr schön. Habt ihr also eine Vorstellung, wer da heute am Start ist? Wir gucken mal, wohin die Reise geht, denn ihr wisst, wir haben immer dieses Kernthema, um das wir uns drehen und haben da auch wirklich eine Menge Ideen, was wir da heute machen können. Aber wir müssen letztlich schauen, wo wir hier eigentlich ankommen. Jo, Patrick, ich würde gerne bei dir mal anfangen und mal fragen, denn ich glaube, du bist derjenige, der mit der Umbrella Academy, mit dieser Serie, insbesondere mit der Comic-Vorlage, von uns allen noch am ehesten zu tun hatte bzw. hast du mir gesagt, dass du den ersten Band schon gelesen hattest. Seit wann kennst du die Serie eigentlich? Ich kenne die Serie exakt einen Tag, bevor du mich angefragt hast, ob ich über diese Serie sprechen will. Sehr gut. Jo, nice. Und du hast gemeint, du hast, glaube ich, bei einer Bahnfahrt mal eben so zack den ersten Band durchgeballert. Die kann man also auch schnell weglesen, ne? Kann man sehr schnell weglesen. Also da kam ich gerade von der Pressevorführung von Iron Sky 2. Und da kam gerade diese Anfrage und da hatte ich auch gerade den ersten Band schnell weggelesen. Also kam diese Anfrage gerade rechts. Und ich kenne auch die Zeichner eben schon länger, weil die auch ein bisschen am Hellboy-Universum mitgewerkelt haben. Dann sollten wir an der Stelle vielleicht mal erwähnen, wer das eigentlich ist, wer hier die entsprechende Comic-Kunst liefert. Und das sind im Wesentlichen eben zwei Leute, ne? Soweit ich das hier sehe. Beziehungsweise noch eine dritte Person. Vielleicht kannst du da ein bisschen mehr Licht ins Dunkel bringen. Wer ist denn Autor der Serie? Äh, Autor der Serie ist Gerard Way, der Sänger von My Chemical Romance. Also der Frontsänger, äh, dürfte jetzt so in Richtung Rock gehen. Und ungewöhnlich an dieser Reihe ist, dass normalerweise Gabriel Barr und Fabio Moon, also die beiden Zwillinge, diese Comics betreuen. In dem Fall war er nur so nebenbei mit tätig. und hat seinen Bruder, also seinen Zwillingsbruder, ein bisschen kreativ beraten. Das ist das, was man auch aus dem Interview, glaube ich, entnehmen kann, was im ersten Band mit abgedruckt ist. Da haben wir generell, bevor wir auch auf die Inhalte vom Comic mal selbst zu sprechen kommen, da ist eine ganze Menge Bonus-Material mit dabei. Also so Kurzgeschichten und eben auch Interviews, ein paar Kurzbiografien zu den jeweiligen Künstlern, wo dann eben auch mal ein bisschen klargemacht wird, woher dieser kreative Geist und diese, sag ich mal, Design-Ideen für die Serie kommen, die wohl im Wesentlichen Gerard Way zu verdanken sind. Und ich kenne jetzt gar nicht so die Mucke von My Chemical Romance. Pia, kennst du die Band? Hast du vielleicht sogar von denen was gehört? Weißt du, was die so für Kunst gemacht haben? Nee, gar nicht, überhaupt nicht. Ich glaube, wenn ihr die Mucke hört, dann kennt ihr ein oder zwei Lieder auf jeden Fall. Das ist schon so sehr schadlastig gewesen damals. Genau, zum Beispiel, wenn man den Watchmen-Film kennt, dann ist das das Lied, das dann in den Abspann rein startet, wenn man ein Rorschachs Tagebuch sieht. Das ist so diese Mucke, die My Chemical Romance machen. Mhm, das scheint so ein bisschen auch Emo-Mucke zu sein, aber eben mit einem starken Rock-Anteil auch. Das ist jetzt ja kein Urteil oder so, sondern einfach mal eine interessante Feststellung. Also sind auch Punk-Elemente drin. Ich denke, er hat viel so auch einfach einen melancholischen Touch, wenn man so ein bisschen guckt, wie die Videos vielleicht auch aussehen. Wenn man ein bisschen nach Promomaterial nach ihm guckt und einfach so mal schaut, was haben die über die Zeit hinweg so gemacht. Und das hat, denke ich, auch einen ganz starken Einfluss darauf, wie hier die Serie selbst designt ist. Denn das ist das, was ich so dem Bonus-Material entnehme. Jared Way ist wohl derjenige, der auch letztlich die Ideen für die Charaktere, die hier eine Rolle spielen, hatte. Ich erzähle das gerade die ganze Zeit. Sag mal, Marc, wie sieht das aus? Hast du dir den Bonus-Kram überhaupt durchgelesen oder hast du dich nur auf den Haupt-Comic konzentriert? Nein, also grundsätzlich erst mal den Hauptteil. Und die Bonus-Sachen waren für mich eher visuell. Die ganzen Konzeptzeichnungen und wie das so ein bisschen abweichte von dem, was wir im Comic gesehen haben. Dabei weiß ich jetzt gar nicht. Das war so, der Autor hat die Konzepte gemacht, ja? In Kombination mit dem Zeichner so ein bisschen. Und war interessant zu sehen, wie weit der Unterschied ist zwischen dem Konzept und dem Fertigen. Und ja, also das haben wir, glaube ich, in beiden Bänden so ein bisschen. Und das ist sowieso immer ziemlich interessant für jemanden, der zeichnet, zu sehen, wie die Konzepte waren. Und da gibt es ja noch tierische Abweichungen. Aber vielleicht sollten wir auch erst mal so ein bisschen klar machen, wovon handelt eigentlich die Umbredder Academy? Was ist das alles? Wovon reden wir hier eigentlich? Und ich könnte es einfach mal versuchen. Und dann habt ihr die Gelegenheit, einfach zu ergänzen. Also ich würde mich hier so ein bisschen an so den Sachen orientieren, die letztlich auch auf den ersten Seiten des Comics quasi hervorgehen. Ich werde jetzt hier im Comic-Bereich, weiß ich nicht, ob wir hier schon so sehr viel spoilern werden. Das vielleicht auch für euch da draußen schon mal zur Info. Ich denke, wir werden jetzt hier in gewissen spoilerfreien Zügen und in gewissen spoilerfreien Besprechungen den Comic besprechen. Danach folgt eine verhältnismäßig spoilerfreie Besprechung der Serie. Und dann wird es einen Spoiler-Bereich geben, in dem wir sowohl dann eben auch Spoiler aus der Serie bringen, als auch vielleicht noch Vergleiche zum Comic ziehen und wo da unter Umständen eben auch Abweichungen sind. Wovon handelt die Serie? Wir haben irgendwann einen Zeitraum in den 80er Jahren und dort werden auf einen Schlag exakt 43 Kinder geboren. Die werden geboren, ohne dass die Mütter dieser Kinder überhaupt wussten, dass sie schwanger sind. Plötzlich sind diese Kinder einfach da. Und diese Kinder sind eben nicht nur besonders, weil sie offensichtlich im Rahmen von irgendeiner Art von, weiß nicht, göttlicher Empfängnis überhaupt gezeugt wurden. Das wird, glaube ich, also bis Ende Band 2 wird das nicht so eindeutig geklärt. Es gibt diese 43 Kinder, die werden geboren und davon überlebt halt auch ein gewisser Teil der Kinder immerhin, nicht alle. Und man kann sagen, dass von diesen Kindern, ich glaube, sechs oder sieben sind es, da könnt ihr mich gleich nochmal korrigieren. Sieben. Sieben werden von einem, ja, Professor, wenn man so will, von einem Sir Reginald Hargreaves quasi zusammengetrommelt. Die werden von ihren Müttern quasi abgekauft. Also der kauft den Müttern diese Kinder ab und diese Kinder zeichnen irgendwas aus, denn sie scheinen Superfähigkeiten zu haben. Sie sind mit einer Gabe geboren. Teilweise ist zu Beginn klar, welche Gabe sie haben. Teilweise ist es noch nicht ganz klar. Und er versucht eben, möglichst viele dieser Kinder in seine Obhut zu bekommen, zu adoptieren und auszubilden. Mit sieben Kindern gelingt ihm das eben auch. Jungs und Mädels zählen erstmal aus wie normale Kinder. Aber Stück für Stück wird klar, dass diese Kinder irgendwas auszeichnet. Und er macht die jetzt eben hier zu einem Superheldenteam. Denn er denkt und glaubt, dass das Ende der Menschheit kurz bevor steht und er jetzt eben Kinder bzw. diese Kinder ausbilden muss, um die Welt zu beschützen. Er opfert dafür alles, inklusive alles, was Richtung Menschlichkeit, Richtung Vatergefühle und Richtung einfach Zuneigung und Liebe geht. Denn für ihn scheint ganz primär wichtig zu sein, den Untergang der Welt zu verhindern. Und dafür muss er jetzt eben diese Kids allesamt quasi ausbilden. Das ist so, glaube ich, als Ausgangslage das, was man erstmal sagen kann. Würdet ihr zur Ausgangslage noch was ergänzen wollen? Eins der Kinder sieht man nicht. Also Nummer 6 wird nicht gezeigt. Also da wird irgendwas passiert sein, aber das erfährt man jetzt nicht in den Bänden oder in der Serie. Da sprichst du ja bereits eine Sache sehr gut an, nämlich Nummer 6. Wir merken schon, dass die überhaupt Namen haben, ist nicht selbstverständlich. Denn für diesen Herrn Professor sind das allesamt einfach nur Zahlen. Er gibt sich gar nicht erst die Mühe, denen irgendwelche Namen zuzuordnen und er gibt denen einfach Zahlen, spricht sie auch entsprechend an. Also Nummer 1 ist dann sowas auch ein bisschen wie der Anführer. Wir können natürlich gleich im Anschluss auch noch mal ein bisschen auf die einzelnen Charaktere eingehen. Aber er gibt denen eben keine Namen. Die haben zwar im Laufe ihres Lebens sich dann selbst irgendwann Namen gegeben oder untereinander. Gerade im Comic zum Beispiel, ich weiß nicht, ob euch das auch aufgefallen ist, da wechseln die gefühlt auch dauernd die Namen. Mag ist dir das auch aufgefallen? Speziell jetzt zum Beispiel diese Nummer 1. Ich glaube, der heißt mal Luther, mal heißt er Moonboy, glaube ich, oder so. Also die wechselt ständig. Spaceboy. Spaceboy, genau. Die wechselt ständig, oder? Genau. Nein, ich weiß nicht, ob das in den Bänden rauskommt, warum Spaceboy heißt. Habt ihr das mitgekriegt? Also in der Serie wird es ja thematisiert. Und ja, die haben so Spitznamen, glaube ich. Spaceboy ist eher so der Spitzname und 1 ist halt der definierte Name vom Vater. Und Loser wird dann vermutlich der Rufname in der Familie gewesen sein. So kam es jetzt für mich rüber. Und ich habe das mitgekriegt, irgendwas habe ich im Comic gelesen, dass die auch so Tarnnamen oder so auch mal hatten. Heldennamen quasi. Heldennamen, ja. Vielleicht die für eine Menge gegeben worden sind oder die sich selbst haben geben lassen. Das wird auch nicht so genau erklärt. Das kann schon sein, dass sie nämlich eigentlich ja so Superheldenidentitäten haben. Wenn man sich hier auf Wikipedia mal die Liste aufruft, dann ist das plötzlich auch viel deutlicher, als mir das während des Lesens deutlich geworden ist. Dann fangen wir einfach mal oben an. Wir gehen die jetzt mal Stück für Stück durch. Also ich habe ja schon gemeint, wir wollen hier relativ allgemein über den Comic reden. Also das heißt, wir werden jetzt hier nicht auf die einzelnen Inhalte hier in diesem Bereich eingehen. Unter Umständen picken wir uns einzelne Punkte raus. Aber ihr merkt schon, das ist so eine Superheldenserie, die vielleicht sich ein bisschen dadurch auszeichnet, dass sie eben nicht mit, keine Ahnung, den bekannten Charakteren von Marvel und DC zusammenarbeiten, sondern eben ein eigenständiges Ding sind. Denn die Originalserie ist da bei Dark Horse Comics vor einigen Jahren erschienen. Ich glaube 2007 ging es los, genau. Und ja, da gibt es verschiedene Charaktere. Der Professor nennt sich wohl The Monocle. Und so viel kann man sagen, er bekommt nicht sonderlich viel zu tun im Comicband. Denn das möchte ich einfach mal ausposaunen, knallhart. Er stirbt, und zwar relativ früh. Das ist auch so ein bisschen der Grund, warum das Team überhaupt wieder zusammenkommt. Ganz viel von dem Comic spielt auf zwei Zeitebenen. Es gibt also diese Zeitebene, wo die alle noch Kids sind, wo er die so zusammengetrommelt hat. Die sind alle ihre Ausbildungen, leben da quasi in so einer Art Internat bei diesem Professor mit drin. Erleben da auch Geschichten, welche im Detail das auch immer sein mögen. Und es gibt dann eben diese zweite Zeitebene, wo die offensichtlich alle deutlich älter geworden sind. Es sind einige Jahre vergangen. Man hat sich auch zum Teil sehr auseinandergelebt. Alle Figuren haben sich individuell weiterentwickelt. Und man trifft jetzt eben wieder zusammen zur Beerdigung von ihrem ja quasi Vater. Kann man so sagen, oder? Das sind doch so die beiden... Genau, das ist der Auslöser zum... Und das ist auch kein so megakrasser Spoiler, oder? Nee, nee, natürlich nicht. Das passiert ja in der ersten Folge. In den ersten zehn Minuten circa. Genau, im Trailer sieht man's auch. Ja, und einer dieser sieben taucht dann eben auch nach jahrelangen Verschwinden wieder auf. Das ist, glaub ich, Nummer fünf, der sich so ein bisschen teleportieren kann. Genau. Da können wir uns eigentlich mal so langhangeln. Patrick, vielleicht magst du einfach mal erklären, was kann der eigentlich? Wer ist Nummer fünf, aka The Boy? Also, er kriegt vor allem in Band zwei eine größere, gewichtigere Rolle, aber man findet auch innerhalb der ersten Folge und im Trailer raus, dass er sich teleportieren kann und eben auch so ein bisschen in der Zeit hin- und herspringen kann. Mhm. Und er ist eben ein ziemlich kleinwüchsiger, anscheinend altert er dadurch, dass er sich ständig in der Zeit hin- und herreißt, wird er immer jünger. Hat man so ein bisschen mitbekommen. Mhm. Er ist auch ein krass ausgebildeter Kämpfer. Also, er kann auch teilweise sehr blutig seine Aufträge oder zumindest, nicht unbedingt nur Aufträge, aber einfach so seinen Superheldenalltag bestreiten. Man kann sich generell streiten, ob das überhaupt Superhelden alles sind, oder ob das eigentlich nur Figuren mit Kräften sind. Ja, also in der Serie war das auch nicht so ganz genau erklärt. Also, einige hatten Kräfte, man hat das sofort gesehen, aber einige haben einfach nur sehr gut kämpfen können. ne, ordentliche Marshall-Arts, Kampfkunst und wie man es so in Superhelden-Serien kennt. Ähm, ja. Mhm. Dann gibt es ja noch The Rumor, beziehungsweise Alison, eine der Damen in der Runde. Pia, magst du die uns vielleicht mal kurz vorstellen? Was kannst du zu der sagen? Ja, also die Alison, die hat eine besondere Superkraft. Also, sie kann sozusagen, wenn sie mit einem Satz anfängt, ich habe das Gerücht gehört, und dann kann sie halt irgendwas erfinden, irgendwas sagen, und dann findet das auch statt. Also, zum Beispiel, ich habe ein Gerücht gehört, dass du jetzt nach Hause gehen wirst, oder so, und dann geht derjenige nach Hause. Kann sämtliche Dinge halt eben sagen. Und, ähm, ja, in der Serie, also, ähm, hat sie damit wohl auch ihr privates Leben so ein bisschen mit beeinflusst, aber das erfährt man dann später so ein bisschen. Und, ähm, ja, sie kann aber auch gut kämpfen. Also, man merkt auch, dass sie halt von ihrem Vater, also, oder Adoptivvater, ordentlich ausgebildet wurde, so wie alle anderen Kinder auch. Ja, ist auf jeden Fall, ähm, eine sehr interessante Figur, die, und darauf werden wir später noch zu sprechen kommen, vielleicht auch ein bisschen anders in der Serie dargestellt wird, als im Comic. Aber jetzt mal, wenn ihr euch mal versucht, an den Comic zu erinnern, ne, kann das sein, dass man ihre Kraft irgendwie so gar nicht sieht? also dieses Grad, dieses Ding, was sie jetzt eigentlich, was sie jetzt kann? Also, ich hab das eher, ich hab das durch die Serie, hab ich das mitgekriegt. Genau, das, äh, so ging's mir auch. Also, so richtig wahrgenommen hat man's, äh, glaub ich, erst wieder im zweiten Band. Äh, und, ähm, da hatte sie ja auch wieder eine schöne Rolle. Und, äh, aber das stimmt, in der Serie ist es, äh, deutlicher und auch komplexer dargestellt, ja. Mhm. Aber ich hab's im Comicband doch ganz am Anfang auch gelesen, dass sie gesagt hatte, ich habe ein Gerücht gehört, dass, äh, die Leute doch irgendwie weggelockt, so eine Menge, dass in einem Museum irgendwelche Bilder verschenkt werden und dass es da Krebs umsonst gibt. Und dann sind die doch, dann da alle weggelaufen und dahin gelaufen und dann meinten doch dann die Geschwister zu ihr, äh, äh, Mensch, das war eine gute Idee, aber um die Bilder müssen wir uns später kümmern. Ja, das hab ich gleich mitgeschnitten. Das ging voll an mir vorbei. Ja, genau, und dann, und dann hat man schon gemerkt, dass, ähm, das, was sie gesagt hat, nicht, nicht nur einfach so ein Gerücht ist, sondern irgendwas zu bedeuten hat. Also, also unterschwellig hat man gemerkt, okay, das passiert wahrscheinlich dann wirklich, aber mehr, äh, also ins Detail ging, ging da der Autor auch nicht. Genau. Aber es macht eben einen Unterschied, wenn du eine Serie von einer Lauflänge von 10 Stunden hast und ein Comic mit einer Seitenzahl von 190 Seiten, bei den 190 Seiten kannst du nur begrenzt auf gewisse Charaktere eingehen. Da fallen eben manche ein bisschen kleiner aus. Ist eben dann der Vorteil vom Serienformat, dass man da deutlich mehr über die Charaktere erfährt oder dass man sich da ein bisschen mehr Mühe gibt, die Charaktere auszuarbeiten. Obwohl es ja im zweiten Band, und im zweiten Band passiert es ja so, ja. man muss einfach dranbleiben. Genau. Ähnlich ging es mir dann auch bei der Figur Spaceboy, also Nummer 1, dem Anführer. Marc, magst du uns den mal kurz vorstellen? Äh, Spaceboy, wenn ich das, genau, Nummer 1, das ist eher so der starke Typ, ja, der, ähm, dann aber, äh, im Comic, glaube ich, auf den Mond geschickt wurde. Und, äh, ja, seine Kräfte, weiß ich gar nicht, sich stärken, ne, aber die, äh, sind einfach später entstanden. Ich weiß, das habe ich nicht so richtig verstanden. So richtig anführermäßig war er nicht. Da liegt mehr der andere Charakter mit seinen Messern eher als Nummer 1, den zu erklären. Naja, also, ich glaube, Stark war, Stark war Nummer 1 schon immer und der ist auch aus irgendwelchen Gründen, von ihren Vater, nenne ich ihn jetzt mal, auch immer so als Anführer gesehen worden. In der Serie wird nochmal deutlich klar gemacht, dass es wohl eine, ich sag mal, ohne jetzt zu viel zu spoilern, das machen wir vielleicht später, aber es scheint in der Serie, wird sehr viel deutlicher, dass es eine Zeit vor dem Unfall, eine Zeit nach dem Unfall gab und dass da natürlich auch vielleicht eine gewisse optische Veränderung mit einhergingen, aber Stark scheint er von Anfang an schon gewesen zu sein. Ja, das stimmt. Patrick, hast du im Comic mitbekommen, wie er quasi sein Aussehen gekriegt hat? In einer Serie wird das ja präsentiert. In den Comics habe ich das nicht großartig mitbekommen. Das ist einfach so. Das ist einfach so, ja. Ja, da hat er auf einmal, nee, ich spoiler noch nix, aber da ist es auf einmal so gegeben. Genau. Nee, 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 das war doch ein Chemieunfall doch in einem Comic oder nicht. Ich habe irgendwas mit. Okay. Da war irgendein Unfall. Irgendwas war. Ja. Alles klar. Jetzt kann ich mich auch nicht mehr so genau dran erinnern. Vielleicht war das das auch in der Serie. Oder war das, nee, aber im Comic habe ich auch was gelesen. Da ist was passiert, wo er auch fast gestorben wäre irgendwie. Und da war was auf jeden Fall. Ich kann mich aber nicht mehr erinnern. Tut mir leid. Ja, Marc, dann hattest du gerade unseren Diego angesprochen. Diego ist der Typ mit den Messern. Vielleicht magst du dem ein bisschen was sagen. Wir haben ja hier eine gewisse Auswahl. Genau, also Diego ist ganz einfach. Das ist der Punisher oder Rorschach. Ja. Das ist quasi so der Charakter, der sich nicht zügeln kann und alles im Endeffekt schnell beendet oder beenden möchte und sich gerne mit harter Gewalt durchsetzt. So empfand ich ihn. Er war immer so ein bisschen over the top, immer ziemlich aggressiv, aber hatte auch so leichte Detektiv-Anbandungen im Comic, vor allen Dingen ein bisschen mehr als in der Serie und hat aber im Endeffekt seine Lösung auch richtig mit harter Gewalt durchgesetzt. Also sein Ziel, was er harmlte, hat er halt einfach auch mit Gewalt vorangetrieben. Ich sehe den auch so ein bisschen als so eine Batman-Parodie an. Definitiv, ja. Das will ich nicht so sehen. Was? Warum? Im Comic oder in der Serie? Na, beides irgendwie, ja. Im Comic ist das schon noch eher eine Parodie, das stimmt schon, aber ich würde lieber auf Punisher setzen. An Batman lasse ich nichts kommen. Ja, du bist da ein bisschen Vorbild. Das ist, was Batman angeht. Ich weiß. Okay, also Diego, der auch so ein bisschen, ich meine, er ist einfach der Lonesome Wolf, ja. Das ist derjenige von allen, der am ehesten noch in diesem Superhelden-Modus geblieben ist, der wirklich die Bösen verprügelt, der noch irgendwo Recherchearbeiten macht, so ein bisschen eben detektivisch, wie du jetzt schon angesprochen hattest, der eben auch noch irgendwie Fälle zu bearbeiten scheint und eben letztlich auf seine sehr besondere, auch stückweit brutale Art und Weise immer noch fürs Gute eintritt. Alle anderen haben sich ja letztlich völlig davon verabschiedet. Ja? Ja, richtig, ja. Jo, wo machen wir weiter? Mit der für mich, finde ich persönlich, sowohl in der Serie als auch in dem Comic, vielleicht sogar interessantesten Figur von allen, nämlich Klaus. Klaus ist super, Klaus. Klaus ist super, oder? Das war auch mein Lieblingscharakter eigentlich. Also Klaus, muss ich sagen, den lernst du kennen und okay, ja, die haben hier jetzt jemanden mit einer, sagen wir mal, offenen sexuellen Orientierung. Okay, er nimmt Drogen. Okay, er ist ein bisschen sehr emotional und so und auch ein bisschen abgedreht. Aber je mehr du den kennenlernst, desto faszinierender fand ich ihn eigentlich. Und desto sympathischer wird er eigentlich auch, weil es hat ja alles seine Gründe, wieso er so ist, wie er ist. Und von all diesen Helden habe ich mich bei dem am längsten gefragt, wieso ist der eigentlich in der Gruppe? Was kann der eigentlich, außer jetzt offen seine sexuellen Vorlieben auszuleben und so einen auf Playboy zu machen? Mhm. Das war im Comic auch nicht so präsent, ne? Der Charakter. Nee. Der schwebte immer so ein bisschen über alle, so ein bisschen und ziemlich im Hintergrund. Ja, in Band 2 hat er aber auch seine ziemliche Präsenz dann bekommen. Da wurde er dann deutlich mehr ausgearbeitet. Ja, genau. Also ich war ziemlich begeistert von dem Schauspieler auch. Also ich kannte den vorher noch gar nicht. Ich habe gar nichts mit ihm geguckt. Das ist ja Robert Sheehan. Und der hat auch in Misfits mitgespielt, aber ich habe die Serie auch nie geguckt. Deshalb kannte ich ihn auch vorher nicht. Und, ähm, also ich fand den mega genial. Und dann musste ich den auch erst mal googeln, als ich die Serie geschaut habe. Ja, klar. Wo er überall mitgespielt hat und was er macht. Und er muss unbedingt noch mehr machen. Und er muss einen Kinofilm mitspielen unbedingt. Definitiv, ja. Und, ach, total toll. Ich habe einen Kinofilm mit ihm gesehen. Und da hatten wir beide ja geschrieben, du hast gemeint, da sind jede Menge Jungteilete. Da habe ich gemeint, ja, nee, den Klaus, den kannte ich schon durch Batsch der Mütte. Ach so, ja. Ja, stimmt. Und durch Misfits. Und danach hast du erst mal so eine Folge Misfits geguckt, weil ich dann noch gesagt habe, ach, da ist Ramsay Boynton dabei. Ja, okay, muss ich gucken. Ja, aber in Mortal Engines, da, ähm... Da hat er auch eine ziemliche Nebenrolle. Also da fährt er ziemlich weg. Ja, also das hat mir so, weiß ich nicht, das war dann vom Drehbuch her einfach blöd geschrieben. Also man muss ihm dann schon eine ordentliche Rolle geben, vom Drehbuch her, ne, wo er so richtig so aus, wo er sich so richtig ausleben kann. Na, das hat er ja mit Klaus gekriegt, das war super. Ja, 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 also in der Serie, total genial. Also hier nochmal ganz klar, wenn ihr vielleicht mit der Serie anfangen solltet demnächst oder gern eben auch mit dem Comic oder so, gebt der Figur eine Chance, die entwickelt sich, das ist vielleicht sogar einer der Lieblinge der ganzen Serie. Ganz toller Charakter. Ja, auf jeden Fall. Damit haben wir jetzt schon fünf von, ja, sieben plus eins durch. Und dann gibt's eben noch die Nummer sechs und die Nummer sieben. Und bei den beiden muss man jetzt mal gucken, was man zu denen sagt, ohne zu viel zu spoilern. Ich denke, zu Nummer sechs kann man durchaus was sagen, zumindest in Ansätzen. Das ist nämlich Ben. Und Ben heißt wohl The Horror. Und von Ben sieht man immer mal so Bilder. Und es gab wohl auch eine aktive Zeit und es gibt eine sehr passive Zeit. Also sagen wir mal so, zu Beginn des Comics, so viel kann man sagen, und ich sage auch nicht, dass sich das vielleicht ändert. Ich sage nur, zu Beginn des Comics ist Ben tot. Ben gilt als verschollen. Das ist übrigens auch in der Serie so, dass er als verschollen gilt. Da hängt, glaube ich, sogar so ein Bild von dem in der Mansion rum, in dieser Umbrella Academy Mansion, also in diesem riesen Herrenhaus. Und im Comic selber spielt er tatsächlich zu Beginn eine sehr kleine Rolle, oder? Genau, du kannst halt nur erahnen, was er für Kräfte hat. Und im Comic und auch in der Serie wird es, glaube ich, auch so dargestellt, dass er tot ist. Weil da gibt es ja diese Statue vor dem Haus. Ja, genau. Also er ist tot, aber... Er ist eher so das Mysterium in der Serie. Man hält sich erst offen, ob man mit denen noch was macht. Weil die haben schon gesagt, wenn einer The Horror genannt wird, das schreit im Prinzip zumindest nach einer Origin. Aber bisher hatte man davon nichts. Und ich bin auch mal gespannt, wann die kommen soll. Denn es ist aber eigentlich nur noch Band 3, dann ist sie ja abgeschlossen. Wenn, dann müssen sie da irgendwie auftauchen. Nee, nee. Die haben schon gesagt, die führen diese Serie weiter. Die haben noch ein bisschen was vor, anscheinend. Die Serie oder die Comics? Die Comics führen sie weiter, habe ich gehört. Aber ich bin mir nicht sicher, wie viel da dran ist. Nur dieser Jared Way, der hat jetzt anscheinend bei My Chemical Romance aufgehört. Und hat sich jetzt, er will anscheinend wieder verstärkt Comics machen. Und da will er sich auch wieder der Umbrella Academy widmen. Was dann auch so ein Grund war, diese Serie in Angriff zu nehmen. Und auch mehr Comics dazu zu machen. Aber da bin ich nicht zu 100% sicher, was ist der Gerücht und was nicht. Aber das habe ich so gehört. Was man hier im Artikel auf Wikipedia findet, ist ja, dass tatsächlich das dritte Volume namens Hotel Oblivion, der ja 2018 kam. Und, also ich meine, ich kenne es nicht. Ich weiß noch gar nicht, wie das ausgegangen ist. Weil das hatten wir gesagt, noch nicht die Gelegenheit, das zu lesen. Das ist gerade ganz frisch eben auch erst in den Starten quasi erschienen. Also ich bin gespannt, ob man dann da einen runden Abschluss macht. Ich hatte gedacht, das wäre von Anfang an erst mal auf diese drei Handlungsbögen ausgelegt. Die jeweils in einem Trade dargestellt werden. Und der erste Trade ist die Apocalypse Suit. Der zweite trägt den Titel Dallas. Und der dritte Trade dann eben den Titel Hotel Oblivion. Und ich hatte gedacht, dann wäre das quasi als abgeschlossene Miniserie zu verstehen. Oder Maxiserie ja viel eher. Wir werden es ja sehen, wo es hinführt. Noch ist das alles sehr spekulativ. Ich hätte kein Problem damit, wenn das weitergeht. Ich auch nicht. Das macht schon Spaß irgendwie zu lesen. Ist schon mal ein gutes Vorab-Pazit. Jo, und die letzte in der Runde. Zu der kann man sicherlich auch so ein paar Basissachen sagen. Aber wie die Figur sich entwickelt, sollte man hier, glaube ich, auf keinen Fall erzählen. Denn dann spoilert man vielleicht zu viel. Und da gibt es nämlich noch die Vanya. Vanya ist quasi Nummer sieben. Trägt auch einen Superhelden-Namen, den wir jetzt vielleicht noch nicht verraten wollen. Ja, und Vanya ist irgendwie ganz schön normal. Oder, Pia? Ja, Vanya spielt Geige. Und das fand ich persönlich sehr schön. Und Vanya wird von Ellen Page gespielt in der Serie. Und sie hat ein Buch geschrieben über ihre Geschwister, wie sie dort aufgewachsen ist, weil sie halt keine Kräfte hat in der Serie und neben den Geschwistern halt nie mit auf die Missionen gehen durfte und von ihrem Adoptivvater zurückgehalten wurde. Und ja, das scheint sie wohl auch nicht so gut aufgenommen zu haben. Sie war halt immer die Außenseiterin. Und ja, und dann hatte sie in ihrem Erwachsenenleben sozusagen, das wird auch direkt in der ersten Folge schon erklärt von der Serie, das ist ein Spreuler, dass sie das Buch halt geschrieben hat über die Familie, wie es ist, die Nummer sieben zu sein und in dieser außergewöhnlichen Familie aufzuwachsen. Und das haben die, also einige Geschwister haben das ziemlich übel genommen. Weil sie da wohl auch einige Geheimnisse ausgeplaudert hat in diesem Buch. Und deshalb ist sie da nicht so willkommen bei ihren Geschwistern. Die hassen die alle ein bisschen, ne? Als echt übel, also ganz krass. Ja, nicht alle, also ich... Na, sie hat ja sie im Endeffekt verraten, ja. Ja, ja, genau. Alison versucht immer noch so ein bisschen geschwisterlich, freundschaftlich zu sein, aber sie ist auch so ein bisschen, ja, schlecht drauf zu sprechen. Und sie müssen halt alle zusammenkommen, weil es halt eben um die Beerdigung geht und irgendwie sehr schwierig, halt so typische Familienprobleme. Also was heißt typisch? Also nicht jetzt wirklich typisch für realistische Familienprobleme, aber auf jeden Fall ist da einiges im Argen, sozusagen. Am meisten hält ja noch Pogu, dieser sprechende Affe, zu ihr, hatte ich das Gefühl. Ich glaube, der hält zu allen. Also ich glaube, der wollte da niemanden irgendwie verurteilen. Sind ja alle so ein bisschen, haben alle so ein bisschen ihre Eigenheiten. Das ist wohl, glaube ich, jetzt so das Wichtigste, was man sagen kann. Also diese Vanya, die ist wohl anscheinend... Die durfte zum Beispiel auch bei der Ausbildung, weil die eben keine Kräfte hatte, an den eigentlichen Einsätzen nicht teilnehmen, ja. Währenddessen alle hier, keine Ahnung, super cool, keine Ahnung, den Rieseneiffelturm bekämpfen müssen, zum Beispiel, ja. Den bürgartigen, gesteuerten Todeseiffelturm muss sie halt eben irgendwo da in dem, ich glaube Zeppelin war es sogar im Comic, mit ihrem Vater verweilen und den zuschauen. Sie ist immer so eine Außenseiterin. In der Serie wird noch ein bisschen mehr dargestellt, dass sie gern mehr eine der Gruppe gewesen wäre. Und auch in der Serie wird dann klar, dass wenn dann alle erwachsen sind, die vielleicht nochmal mit einer neueren, erwachseneren Perspektive auch auf sie zugehen, wie sich das alles entwickelt und was vielleicht auch dieses Geigenspiel für eine besondere Bedeutung hat, das solltet ihr am besten selbst lesen. Marc, du hattest jetzt schon den Dr. Pogo angesprochen, diesen Schimpansen, der da rumrennt und der so eine Art, ja letztlich, ich will nicht sagen Butler und Diener, aber zumindest so eine Art Hausgehilfe und Erziehungsgehilfe vom Professor gewesen ist und dann ja auch nach seinem Tod weiterhin ist, ist einer von mehreren Nebencharakteren, die wir haben. Wir brauchen die jetzt hier nicht alle erwähnen, aber es gibt schon vielleicht so mindestens mal zweieinhalb, auf die wir nämlich zu sprechen kommen sollten. Unter anderem, finde ich, sollten wir mal ein paar Worte zur Mutter verlieren, denn es gibt ja manchmal auch so eine Mutter in so einer Familie. Patrick, was müssen wir unbedingt zur Mutter sagen? War die nicht sogar ein Roboter, diese Mutter? Sowohl als auch, ja. Ja, also was kann ich jetzt zu der Mutter sagen, außer sie war ein Roboter und sie hat besonders zu The Boy eine ziemlich innige Beziehung aufgebaut. Genau. War das im Comic auch so deutlich? Eigentlich nicht, oder? Die war da noch nur... Äh, nicht so deutlich. Also da habe ich im Comic, habe ich sie eher so als Randfigur mitgenommen. Man hat zwar mitgekriegt, dass sie kein Mensch ist, aber mehr irgendwie auch nicht, ne? In der Serie war es komplexer. Es gibt da auch in den Comics so ein Bild, wie er ihren Kopf noch mitschleppt. Aber so deutlich war es in den Comics dann eben nicht. Genau. Mhm, genau. Also hier ist ein Roboter, was jetzt unterschiedlichste Konsequenzen hat, aber eben auch vielleicht zeigt, dass der, ja, Professor, also hier der, der Reginald Hargreeves, äh, Papa, Papa-Professor, dass der vielleicht mit so Emotionen jetzt nicht so viel anfangen kann und vielleicht aus genau dem Grund sich seine Frau lieber selbst baut, anstatt sich eine aus menschlichem Fleisch und Blut zu suchen. Äh, das wurde in den Comics auch klarer, wieso er das so macht. Da hat mich dann Pia auch gefragt, sag mal, wieso ist denn das jetzt so? Ähm, sag mal, ist der Vater ein Alien? Ja, es kommt in den Comics schon auf drei Seiten raus. Und in der Serie wird das so ein bisschen außen vor gehalten. In der Serie verwirrt sich das so ein bisschen, was er denn ist. Genau, da muss man aber schon genau hingucken, ne? Ja. Ja, ich glaube, in der Serie weiß man das nicht. Ich glaube, das, bitte? Spielt es irgendeine Rolle? Also im Comic habt ihr recht, das gleich auf den ersten paar Seiten, in so einem Nebenpanel, man sieht es auch nicht richtig, aber spielt es nochmal irgendwann eine Rolle, dass er Alien ist? Ich muss ehrlich sagen, der Comic wirkt, sehr viel außergewöhnlicher und Science-Fiction-mäßiger und fantasievoller als die Serie. Du hast, wenn du die Serie anguckst, bis auf Dr. Pogo, also bis auf den laufenden, sprechenden Affen, denkst du eigentlich, du bist in einer normalen Welt, wo nichts wirklich außergewöhnlich ist, außer diese Familie. Und deshalb war das für mich schon sehr verstörend. Es gab so eine Szene, die will ich aber nicht spoilern jetzt, die will ich auch nicht erläutern jetzt unbedingt, wo ich überhaupt nicht wusste, was hat er da jetzt gemacht? Was ist da jetzt los? Und da hatte ich ja mit Patrick drüber gesprochen. Aber im Comic wird es wiederum in den ersten Seiten erklärt. Und das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. In der Serie wird der Zuschauer darauf überhaupt gar nicht vorbereitet. Gar nicht, in keiner Weise. Ich denke, das erklärt auch ein Stück weit, wieso diese Kinder so geworden sind, wie sie sind. Wenn du bedenkst, die werden von einem ziemlich militanten Alien, sprechenden Schimpansen und einer Robotermutter großgezogen, dann verstehst du auch so ein Stück weit, wieso die so ein bisschen strange geworden sind. Und es ist auf jeden Fall auch, ich merke dir schon, anscheinend ergänzend, also vorausgesetzt, das sind einfach exakt dieselben Figuren, nur einmal als Medium Comic und einmal als Medium Serie, dann sind beide für uns, die wir jetzt beides gesehen haben, jeweils sehr gute Ergänzungen. Also wirklich sehr gute Ergänzungen. Man hat in beiden Fällen das Gefühl, das Gesamtbild ist deutlich runder, wenn man beides konsumiert hat. Aber das kann man an der Stelle auf jeden Fall schon mal sagen. Und dabei sind wir noch gar nicht bei dem Bereich, wo wir das eigentlich machen wollten. Sondern wenn wir noch bei den Figuren sind, ich würde gerne noch ein weiteres Figurenpärchen kurz erwähnen, weil die eine coole Rolle haben, zumindest in einem gewissen Rahmen. Und zwar ist es ein Killerpärchen namens Hazel und Cha-Cha. Und so viel sei mal gesagt, sie sind sehr unterhaltsam, sie sind ultra brutal. Auf jeden Fall. Und sie haben coole Masken. Und sie bringen auch so ein bisschen den Comic Relief in die Serie. Genau. Ja, definitiv. Das vielleicht jetzt zu den Charakteren. Wir wollten jetzt noch nicht so viele Details zur Story verraten, worauf wir aber natürlich bei einem Comic unbedingt eingehen müssen, ist das Artwork. Also das ist ja eine Sache bei so Comics, die hat ja genau wie das Bücher eben nicht haben, hat ja Comics immer noch diese Artwork-Ebene. Also wo wir dann eben komplett sehen können, okay, wie haben sich die Künstler was gedacht? Wie ist es dargestellt? Was es da teilweise für Abweichungen dann auch gibt? Darauf kommen wir eben gleich zu sprechen. Aber hier hat wohl Gabriel Barr das Artwork zu verantworten. Habe ich das richtig verstanden, Patrick? Ist das korrekt? Genau. Richtig. Ja, das ist korrekt. Und sein Bruder, sein Zwillingsbruder, der Fabio Moon, hat eben beratend zur Seite gestanden. Der ist normalerweise sonst so ein bisschen auf der Autorenseite. In dem Fall nicht. Marc, du als derjenige von uns, der immerhin schon mal einen Comic gezeichnet hat, der also mal ist, oder ansatzweise. Also der ja gefühlt auch hunderte Pin-Ups gemacht hat und hast ja nicht gesehen. Wenn du uns mal versuchen müsstest zu beschreiben, wir sind ja ein Audio-Podcast, da kommen wir ums Beschreiben nicht drum rum, was jetzt das Besondere an diesem Artwork hier ist von der Umbrella Academy. Wie würde das bei dir aussehen? Naja, also bei mir ist es ja so, dass ich ja doch eher US-Superhelden-Comic-Heft verseucht bin. Vorzugsweise Batman. Und ich kenne Hellboy am Rande. Und für mich ist das so ein Indie-Comic, so fühlt es sich für mich an, was mich einfach überrascht hat. Ich bin da immer so ein bisschen zurückhaltend, wenn die Striche und die Farben so einfach sind. Aber irgendwie hat mich das gepackt. Das war sehr grafisch alles. Die Farben waren so entsättigt, dass ich bin nach den ersten zwei, drei Seiten so tief im Comic gewesen, was ich selten habe. Weil oft ist es so, auch bei den US-Heften, man hat eine schöne Story, aber irgendwie sehr schlechte Zeichnungen oder super Zeichnungen, schlechte Story. Hier hat das irgendwie alles funktioniert für mich. Und das ist so ein Heft oder ein Band. Ich glaube, die bringen es ein Hardcover jetzt raus, richtig? Mhm. Das muss ich mir definitiv holen, weil ich genau weiß, das wird toll sein. Ich hoffe, die machen es mit offenem Strukturpapier. Das heißt, mattes Papier, was so ein bisschen rauer wirkt. Und wenn man die Seiten aufschlägt, wird das schön nach Papier riechen. Und das ist, glaube ich, so das, worauf ich mich freue. Dieses Papier mit den entsättigten Farben und den einfachen Strich, der total überzeugt hat. Und ja, also aus Grafisch. Ich habe das Ding verformt, ja. Ja, genau. Kann ich so bestätigen. Ah, perfekt. Ich werde dann also demnächst mal in den Comic-Laden gehen oder bestellen. Und wo du es erwähnst, so von wegen, es wirkt wie von Independent-Verlag. Das ist genau derselbe Verlag, also Dark Horse, der auch Hellboy-Comics veröffentlicht. Und diese Stimmung in dem Ding, das war schon echt toll. Ja. Apropos Format. Patrick, da hattest du, glaube ich, einen Einblick, weil es da gerade so ein Mini-Shit-Stürmchen gibt. Wie sieht das aus? Kann es sein, dass die Neuauflage der neuen Edition nicht ganz so geworden ist wie die erste? Ich habe das bei CrossCult eben mitbekommen, dass die Neuauflage ein bisschen größer ist. Und da gab es wirklich dann diesen Mini-Shitstorm. Ja, ach nee, jetzt kann ich das so schlecht in meine Sammlung stellen. Da habe ich jetzt einen Knick in der Optik und alles. Anstatt, dass die froh sind, dass die Serie weitergeht und das dann... Ja. Ja, so sind sie. So sind sie. Ja. Das sind wie die Instagram-Leute. Das sieht schlecht in meinem Feed aus. Ja, und ich würde an der Stelle denken, ja, cool. Also ich freue mich dann wirklich, dass da neuer Stoff rauskommt. Und ich kann auch zu dieser Stabilität der Bände was sagen, weil da habe ich die schmerzhafte Erfahrung auf der Buchmesse gemacht. Ein Kumpel hat mir einen dieser Bände aus Versehen mal auf den Fuß fallen lassen. Der Schuh hatte ein Loch, der Fuß hat geblutet, aber dieser Band, der war absolut heil. Ja, super. Patrick, kannst du sagen, was das für eine Größe hat? Also ist das A4-Format oder irgendwie so wie US-Comic? Oder noch kleiner oder größer? Es ist ein bisschen kleiner als das Heft-Format, aber man kann es in etwa mit der aktuellen Taschenbuchgröße vergleichen. Ich hatte gelesen, dass die erste Ausgabe, die vor ein paar Jahren gekommen ist, die hat halt diese Standard-Cross-Cult-Größe gehabt, die irgendwie gefühlt alle Bücher bei denen haben. Die neue ist wohl etwas größer ausgefallen. Also die alte hat halt, wenn du sagst, das ist die Hälfte von A4, die alte war so. Die neue ist halt ein bisschen größer. Also ich kann es in Zentimetern sagen. Es sind 16 mal 24 Zentimeter. Jetzt können wir uns das alle bestimmt total genau vorstellen. Ja, 2260, ja, pass. Nehme ich. Wunderbar. Also gibt es eben hier im Hardcover, wir selbst hatten das alle, bis auf Patrick, der, wie gesagt, den ersten Band gekauft hatte, in digital vorliegen. Und jetzt mal ganz Hand aufs Herz. Also ich weiß nicht, ob jetzt ein viel größerer Druck der Serie wirklich gut getan hat oder hätte. Ich kenne jetzt natürlich nur die Darstellung hier auf meinem 10-Zoll-Display, auf meinem Tablet, aber da sind jetzt im Regelfall nicht großartig Details drin, die jetzt irgendwie auch mehr Platz, denen mehr Platz gut täte. Könnt ihr das nachvollziehen, was ich damit sagen will? Ja, ich kann es mir ungefähr vorstellen, ja. Das ist ja bei Hellboy ähnlich, ja. Da ist das kleine Format schon sehr angenehm für die... Im Endeffekt ist das so wie mit schlechter Auflösung beim Film, ja. Wenn man den klein guckt, sieht es gut aus und wenn man das groß zieht, dann kommen halt Schwächen zutage. Aber nichtsdestotrotz ist ja dieses Comic total super gelayoutet. Das bin ich halt so auch nicht gewohnt. Und da passt alles. Da ist jede Seite ist... Ah, es ist schon toll. Und ich muss dazu hinzufügen, dass Gabriel Barr in Deutschland mit diesem Comic Umbrella Academy erst bekannt wurde. Es war so eine der Erstveröffentlichungen bei CrossCite, wenn ich mich nicht täusche. Nur da habe ich das damals außen vor gelassen, weil ich habe gelesen Umbrella Academy und dann dachte ich auch, nee, ich habe keinen Bock auf Resident Evil. Ja, genau. Und habe das erst mal dann liegen lassen. Sehr gut. Und Pia, vielleicht noch mal kurz zu dir. Du hast im Vorgespräch schon das eine oder andere gesagt. Denn bei dir weiß ich, du hast auf jeden Fall ein Fail-Bild für Optik. Du kannst Sachen auch einfach gut einschätzen. Du weißt, was gut aussieht und was vielleicht nicht gut aussieht. Wenn du dir jetzt das, was du vom Comic gesehen hast und seiner Gänze mal durch den Kopf gehen lässt, vielleicht auch die Frage, wie sieht es aus mit Designs, wie sieht es aus mit Farbwahl. Was ist dir denn im Kopf hängen geblieben? Wie würdest du uns das denn beschreiben, die wir das jetzt hier nur hören und nicht sehen? Naja, ich habe mich jetzt gerade so ein bisschen zurückgehalten. Also ich glaube, das ist einfach auch Geschmackssache. Also ich finde das künstlerisch an sich, sind das tolle Zeichnungen, aber die sagen mir halt persönlich nicht so zu. Also ich bin halt ein Mensch, der halt auch viele Farben, viele wechselnde Farben, satte Farben halt auch eben mag und auch etwas realistische Zeichnungen, und die mehr ins Detail gehen, mehr in die Ästhetik gehen und ja, ich bin da halt wahrscheinlich so ein bisschen DC-gelastet von den DC-Comics her. Aber ja, was soll ich sagen? Also ich habe den Comic ja auch gelesen, auch aus so einem zweiten Band jetzt nicht, das habe ich nicht mehr geschafft. Aber ich würde halt eben sagen, ich bin dann glaube ich eher so Team Serie. Also ich habe die Serie zuerst geguckt, das ist ja ein Unterschied zu euch gewesen. Ihr habt ja erst die Comics gelesen und dann die Serie geguckt und ich habe zuerst die Serie geguckt und ich war natürlich total unvoreingenommen. Ich wusste überhaupt gar nicht, worum es geht. Ich wurde direkt ins kalte Wasser geschmissen und ich würde jetzt auch sozusagen den typischen Netflix-Gucker jetzt irgendwie sozusagen vertreten, der wahrscheinlich die Comics auch nicht kennt. Demnach kann ich sagen, dass die Serie also super fantastisch ist. Also ich war richtig begeistert und ich habe die gesuchtet. Also ich habe abends irgendwie fünf Folgen geguckt und dann am nächsten Morgen nochmal fünf Folgen geguckt, sozusagen. Und ja, deshalb, wenn euch das Comic gefällt, schön, mir gefällt die Serie. Gut, dann ist vielleicht jetzt auch hier der Zeitpunkt gekommen, wo wir an das Thema Comic erstmal, weil die Serie drängt sich jetzt hier schon dauernd auf in unserem Gespräch, wir vielleicht auch erstmal einen Haken machen an den Comic selbst. Wir werden jetzt hier nicht anfangen, großartig Punkte zu vergeben. Ich möchte nur von jedem vielleicht so zwei, drei Sätze generell einfach zur Serie hören, beziehungsweise zur Comic-Serie eben hören, was ihm so einfällt, wo ihr vielleicht auch noch einen kurzen Gesprächsbedarf seht. Ich fange mal an. Mir persönlich hat die Serie, die Comic-Serie gut gefallen. Sie ist einfach mal was anderes und sie macht Spaß. Sie ist sehr absurd und spätestens als ich merkte, okay, hier spielt Zeitreise auch eine Rolle, hatte sie mich eigentlich gefangen. Also da war ich wirklich angetan. Ich kann die Serie grundsätzlich empfehlen. Sie ist natürlich einfach auch jetzt eine Serie, die man in eine Schublade packen kann, in der auch andere Serien sind. Also jetzt demnächst kommt noch eine weitere Comic-Serie in der Neuauflage, die auch bei einem Streaming-Anbieter auftauchen wird nochmal. Vielleicht besprechen wir die hier auch. Die Rede ist von Deadly Class. Das ist ja auch ein Reprint. Vor einigen Jahren gab es da die Serie bereits bei Panini, kommt jetzt auch nochmal bei CrossCult raus. Und wird eben eine Serie bekommen. Da kann man sie ein bisschen mit reinpacken, weil sie quasi ja wieder, ich sag mal, eine Superheldenserie abseits der klassischen Superhelden ist. Und man kann sie definitiv auch in dieselbe Schublade packen, in der zum Beispiel Black Hammer spielt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Black Hammer hat mich einfach umgehauen. Ich finde das großartig, was ich von Black Hammer bis jetzt gelesen habe. und deswegen muss man die Comic-Zeitrechnung so ein bisschen einteilen in eine Zeit vor Black Hammer und eine Zeit nach Black Hammer. Und natürlich ist die Umbrella Academy erschienen, bevor Black Hammer erschienen ist und war deswegen vielleicht so eine Art, sag ich mal, Stufe hin zu Black Hammer. Ist deswegen nicht so geil wie Black Hammer, aber zum Zeitpunkt der erstmaligen Veröffentlichung muss das eine, genau wie heute ist, eine großartige Serie. Wenn man aber in der Situation ist, in der ich jetzt bin, dass man eben erst Black Hammer gelesen hat und jetzt mit Umbrella Academy anfängt, dann ist es einfach nicht so geil. Es ist nicht so beeindruckend, was die Dialoge angeht. Es ist leider nicht so beeindruckend, was die Interaktion der Charaktere angeht. Da hat einfach Jeff Lemire einfach, der hat es einfach drauf. Und ich will jetzt nicht behaupten, dass Jared Wayne nicht hätte, aber es ist, glaube ich, sein Erstlingswerk in dem Bereich und ich denke, dass da noch viel geht. Und die Serie ist super für ein Erstlingswerk. Sie macht mega Spaß, aber sie kommt eben aus meiner Perspektive nicht an diesen Primus ran, den ich jetzt mehrfach erwähnt hatte, Black Hammer, der ja nun wirklich auch x-fach ausgezeichnet worden ist. Also das ist wirklich, glaube ich, auch sehr schwer daran zu kommen. Aber die Serie ist einfach mal was anderes. Sie ist nicht immer derselbe Typ im Spandex-Anzug, der rumrennt und Leute verprügelt. Es ist nicht einfach nur plump episch. Es ist eben auch eine Geschichte, die erzählt wird, die Twists bietet, die auch ein bisschen absurd und arg fantastisch geraten ist. Und allein deshalb kann man da auf jeden Fall mal einen Blick riskieren, wer die Serie gucken will und wer möchte, dass da vielleicht noch ein bisschen Hintergründe und Zusammenhänge klarer werden, der muss da sowieso in den Comic reinlesen. Und keine Sorge, wenn ihr den ersten Band gelesen habt, wollt ihr garantiert auch in den zweiten und vermutlich auch in den dritten reingucken. Deswegen von mir Empfehlung zu Serie selbst, die gut ist, aber sich vielleicht nicht mit den größten Genre-Vertretern, möchte ich es mal sagen, messen kann. Das war jetzt ein ganz schöner Rundumschlag. Patrick, wir fangen einfach mal bei dir an, weil du ja letztlich von uns allen den Comic zuerst gelesen hast. Erzähl mal, wie gefiel es dir, was fällt dir ein zu The Umbrella Academy? Ich muss dazu sagen, ich freue mich, dass du nochmal diesen Black Hammer-Vergleich gebracht hast, weil Black Hammer ist momentan einfach so das Nonplusultra, was die Comicbranche hervorgebracht hat. Und dann vergleichst du das mit sowas wie Umbrella Academy. Das ist so, als würdest du The Revenant mit den Glücksbärchis vergleichen. Das passt halt einfach nicht so ganz. Und deswegen, für mich hat Umbrella Academy eher so ein bisschen so einen anarchistischeren Touch. Es hat mich so ein bisschen an Team America von Trey Parker und Matt Stone auch erinnert. Also hätten sie das mit Puppen verfilmt, das wäre wahrscheinlich genauso lustig geworden. Habe ich mir dann halt vorgestellt, als ich das gelesen habe. Auch mit den Affen und den Roboter-Sidekick und so, so ein bisschen die Zeitreisen da drin verwursten. Also, mir hat das schon gefallen. Ziemlich. Ich muss dazu sagen, aber wenn Gabriel Bar mit seinem Bruder einen Comic macht, dann ist das ein bisschen emotionaler. Dann wird auch Brasilien als Standort quasi mit einbezogen. und so ein bisschen die Schönheit von Brasilien hervorgehoben und dann sind auch die Comics in dem Team emotionaler. Hier hast du eben so einen anarchistischen Umschlag. Und die Serie fand ich auch cool. War für mich so eine Kreuzung aus Breakfast Club, wo die Titans halt reingesteckt werden und so ein Touch Tim Burton eben. Als hätte das Tim Burton gedreht. Guter Vergleich. Gerade was die Designs angeht. Guter Vergleich. Dankeschön. Pia, vielleicht ein paar Worte von dir. Deine Eindrücke zum Comic, zum ersten Band. Was würdest du sagen wollen? Ja, also, ich finde das auf jeden Fall mal was anderes von den Comics, die ich so bisher gelesen habe. Also, ich bin ja noch nicht so oft in die Independent-Richtung gegangen und war schon positiv überrascht. Aber, muss aber auch sagen, es ist halt jetzt immer noch nicht das, was, wo ich jetzt sagen würde, ja, ich muss jetzt unbedingt die Bänder alle kaufen. Dafür reicht es noch nicht. Aber sonst, es ist auf jeden Fall mal was Neues und Erfrischendes und ja, viel dazu. Jo, Marc, und wie sieht es bei dir aus? Was ist dein so quasi finaler, abschließender, vorerst abschließender? Wir haben ja erst zwei Drittel gelesen. Eindruck zur Comicserie? Ja, ich habe Blut geleckt. Ich werde das auf jeden Fall weiter durchziehen. Und, also, aus Sicht eines Batman-Hefte-Leser kann ich nur sagen, dass es auf jeden Fall eine Abwechslung ist und mich hat es auch überrascht, ehrlich gesagt. Ja, vermutlich werde ich jetzt wirklich öfter mal bei Dark Horse gucken. Hellboy wird ja immer mal erwähnt. Und, ja, vermutlich ist das der Start, dass ich Black Hammer lesen werde jetzt, um einfach mal einen Vergleich zu haben. Ja, das vielleicht eher, das würde ich vielleicht auch noch mal lesen wollen. Wenn das, wenn das die Option ist, die dafür sorgt, dass ihr da mal reinschaut, dann bitte. Vielen Dank an der Stelle nochmal an CrossCult, dass sie uns die ersten beiden Bände digital zur Verfügung gestellt haben. Schaut da auf jeden Fall mal rein, denn jetzt erscheinen eben auch ganz zeitnah die entsprechenden, quasi, Reprints auch der Serie, damit ihr da schon mal Bescheid wisst. Ich gucke gerade hier auf der Internetseite von CrossCult. Da ist jetzt am 11.2.2019 die erste Ausgabe davon erschienen und der zweite Band, der, glaube ich, dann auch die eigentliche, als erstes Mal so ein neues Material für Deutschland dann auch darstellt, ist noch nicht im Handel erhältlich, aber kommt auch ganz bald. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Das ist erst mal zum Comic. Jetzt kommt der große andere Teil, wo wir auch erst mal kurz allgemein was sagen wollen und dann später in den Spoiler-Bereich. Keine Sorge, wir werden euch nicht zu lange auf diesen Spoiler-Bereich, müsst euch nicht zu lange freuen, wir kommen sofort drauf zu sprechen, aber wir müssen natürlich die Serie ein bisschen thematisieren, die da eben jetzt hier bei Netflix anläuft. Wir haben jetzt ja alle schon einige Umsetzungen in Film- und Serienform von Comics gelesen. Pia, wenn du mal versuchen müsstest zu beschreiben, was ist da eigentlich das Besondere jetzt so an dieser Serie? Was kristallisiert sie vielleicht von diesen ganzen anderen Superheldeserien ab? Was ist eben das Alleinstellungsmerkmal? Denn, das haben wir bereits erwähnt, du hattest auch in der letzten Folge deutlich gemacht, du hast die meisten, wenn nicht gar alle Superhelden-Serien der letzten Jahre gesehen. Was ist aus deiner Sicht das Besondere an dieser Serie? Oh Gott, das ist jetzt eine sehr direkte Frage. Also was sich unterscheidet von den anderen Serien? Also erst mal auf jeden Fall, du bist halt ins kalte Wasser geschwissen und du kennst im Prinzip, also der Otto-Normalverbraucher kennt die Charaktere alle nicht, es ist halt was Neues. Weil DC- und Marvel-Charaktere, die hat man irgendwo schon mal gehört, man hatte die Filme gesehen und so weiter und bei Umbrella Academy gibt's das halt alles nicht. Es gibt ja noch keine Kinofilme und so weiter und deshalb, du kennst halt den Trailer, du siehst halt, was im Trailer so weit vorkommt, dass es da irgendwie um die Erste der Welt irgendwie geht, dann um ganz komische Charaktere, um Kinder, um Kinder mit Masken, ja, also mit Masken im Gesicht und dann denkst du so, okay, dann denkst du so zuerst, dass es vielleicht so eine Teenie-Serie ist, aber es ist auch nicht wirklich, weil man hat ja auch wie im Comic so diese Zeitsprünge, also sie treffen sich im Erwachsenenalter halt eben aufgrund der Beerdigung des Adoptivvaters, treffen sie sich alle wieder und dann werden die Charaktere in der Serie in der ersten Folge so ein bisschen vorgestellt und dann gibt es halt Rückblenden auch zur Vergangenheit, wo sie halt eben jünger waren und ausgebildet und erzogen worden sind und ja, man wird wie gesagt, wie ich sagte, ins kalte Wasser geschmissen, dann taucht halt eben dann auch direkt auch am Anfang der sprechende Dr. Pogo auf, Pogo einfach nur, ne, Pogo, ja. Allein das ist schon ein Alleinstellungsmerkmal, weil der sehr gut aussieht, also CGI. Ja, also, ja, genau, das wollte ich auch sagen, also er ist ja komplett CGI animiert, aber sieht super genial aus, also ich hatte das Gefühl, ich, auch wie diese Drachen in Game of Thrones, ne, die sind ja auch mittlerweile sehr krass animiert, also wirklich auch teures Geld reingesteckt und bei Pogo hatte ich echt das Gefühl, er ist ja ein Schimpanse, der halt, ja, vielleicht halb so groß wie ein Mensch ist und die Gesichtszüge und alles, das wurde wahrscheinlich mit Motion Capture gemacht oder was auch immer, es sah so realistisch aus, als ob du wirklich vor allem echt ein Schimpanse stehen würdest und das, überhaupt keine qualitativen, ähm, negativen Merkmale, also es war wirklich sehr, sehr gut. Ähnlich wie bei Planet of the Apes bei den Remakes, also eine ähnlich gute Qualität. Genau, so kannst du es gut vergleichen, ja. Und das hätte ich echt nicht gedacht für eine Serie, ähm, von einem, von einem Thema oder von einem Comic, was mir zumindest vorher recht unbekannt war und wahrscheinlich auch der, der meisten Netflix-Gucker auch unbekannt sein müsste, wo man so denkt, okay, eigentlich hat, hat so eine Serie nicht viel Budget oder müsste nicht viel Budget haben. Ja, aber das war ich echt positiv überrascht. Und die ganzen Schauspieler kann ich jetzt auch nicht alle, ähm, vorher, aber die haben das sehr gut gemacht. war, also ich weiß nicht, ich schwärme vielleicht zu viel von der Serie. Die sind überraschend gut gewesen, die ich vorher nicht kannte, weil was, weil in der Serie kann man halt so viel mehr zeigen, viele Aspekte von, vom Drehbuch her und, und die ganzen Charaktere waren so tief, also so tiefgehend, man hat viel Hintergrund erfahren und, ähm, ja, das war sehr, es ist wahr, also man kann die Serie als, als Comedy, Thriller und Science Fiction so ein bisschen vergleichen, also das hat irgendwie so einen Mischmasch, also ich hab viel gelacht, ich war aber auch sehr bewegt und ich war aber auch sehr irritiert und, und erschrocken über einige Szenen, ne, und, und das, diesen Mischmasch find ich sehr gut, ne, sonst kennt man das von den anderen Serien, von den DC oder Marvel Serien, dass die immer straight in eine Richtung gehen und, und du weißt ganz genau, was jetzt passiert und bist meistens vorbereitet und das bei, bei Umbrella Academy aber nicht, also, du weißt halt nicht, was als nächstes passiert und war es nicht, also sehr oft, also ich war sehr oft überrascht und auch dieses, Hazel und Chatter, so hießen die beiden doch, die waren absolut ulk-komisch, ne, also es ist, äh, also sehr, also die Serie hat mir super gut gefallen einfach, ne, und, ähm, auch hier Nummer, Nummer 5, der, den wir ja vorhin im Comic geschrieben haben, The Boy, der, ähm, das war doch richtig, ne? Genau. Ja. Ja, genau. Der, ähm, der ist ja dann in der Serie etwas älter, ich glaub 13 Jahre alt oder so, also, er kam dann ja auch direkt in der ersten Folge wieder sozusagen aus der, aus der Zukunft und war, ähm, 13 Jahre alt und der hat das auch sehr gut gemacht, also es ist ja auch ein junger Schauspieler auch gewesen und da dachte ich mir auch so, wow, wow, was für ein schauspielerisches, schauspielerisches Talent er da hat und, ähm, wie oft er da auch gezeigt worden ist, wie viele Dialoge er da auch, äh, hatte, also absolut genial und ich hab die, ich glaub, die Hälfte der Schauspieler hatte ich alle nochmal gegoogelt und geguckt auf IMDb, mir angeguckt, was die vorher gemacht hatten und viele hatten vorher gar nicht viele, ähm, viele Projekte gehabt, recht wenige Projekte oder waren nur kurz in anderen Serien, in einzelnen Folgen nur zu sehen. Es sind nicht so viele bekannte Schauspieler diesmal dabei, ne? Ich glaub, so mit bekannteste dürfte Ellen Page sein, die die Vanya spielt und bei ihr kann man sagen, klar, die Figur ist ein bisschen anders dargestellt, als sie im Comic dargestellt ist, aber so ein bisschen spielt Ellen Page auch immer dieselbe Figur, oder? Also mal ehrlich, mal gucken, was hat sie gemacht, Abschlussbeispiel bei Inception. Da musste sie, da, ja, da musste sie so eine verschüchterte Frau spielen, so ein bisschen hilflos in die Kamera gucken, also ich mein, die kriegt sie schon mehr zu tun, die darf sie auch mal wütend sein, die darf sie auch mal lustig sein und so, sie hat einfach mehr Screentime und deswegen mehr Möglichkeiten zur Entfaltung, aber Ellen Page ist immer irgendwie so ein bisschen ähnlich in dem, was sie tut, also sie hat ja unter anderem auch bei diesem Computerspiel hat sie ja auch die Vorlage gemacht für, ähm, Among Us, nicht Wolf of Among Us, dieses andere, ähm, dieses Zombie-Ding, nee, dieses Zombie-Ding. Nee, das war auch so ein Mord-Ding. Ist ja auch egal, also auf jeden Fall, ich glaub, sie hat sowohl für das Ding mit Willem Dafoe, was ihr jetzt meint, da hat sie in der Computerspielverfilmung die Vorlage gegeben, da sieht man sie auch direkt und ich denke, sie war auch in dem Teil, wo es jetzt im nächsten zweiten Teil geben soll, mit diesen Pilz-Zombies. Ich glaub, das war dieses Last of Us, Da war sie, glaube ich, auch Vorlage. Wenn man sie mal in einer anderen Runde sehen will, dann sollte man sich super von dem Ex-Riss-Schüsse von Guardians of the Galaxy anschauen, da ist sie so ein Lymphomaner-Sidekick. Ah, ja. Da bricht sie mal wirklich aus ihrer Klischee-Rolle hervor. Da darf sie auch abgedreht sein. Das war der Film mit der Rohrzange. Genau. Ja. Ja, und in einem X-Men-Film, in einem ganz alten X-Men-Film hatte sie dann halt auch eine andere Rolle gehabt, ne, aber sie war auch schon älter. Und sehr, sehr nebencharaktermäßig. Ja. Ja, den hab ich auch gesehen, James Gunn. Nochmal, das war der Name, der ja gerade wahrscheinlich nicht auf der Zunge lag. Genau, kann man auch mal reingucken. Da hat sie auf jeden Fall auch schon mal ein Superheld gespielt, na ja, zumindest mehr oder weniger. Ja, also das war's dann aber auch schon, weil wir sagen, wegen der Charaktere, die man kennen kann, okay, wer noch relativ bekannt ist, ist die Mary J. Blige. Mary J. Blige spielt hier eben auch mit in, äh, es ist glaube ich Cha-Cha oder Hazel, ich verwechsel die immer ehrlich gesagt, also eine von diesen Auftragsmördern und die kann man noch kennen. Jo, und dann, da habt ihr gemeint, man könnte ja noch die Klaus kennen. Diese Chefin, diese Frau. Und das war's da doch auch schon, oder? Die ist von Grey's Anatomy. Okay, da bin ich raus. Ah. Ja, ich hab, ich hab gegoogelt und, äh, die hat auch nochmal so eine eigene Serie. Ja. Genau, dann haben wir hier eben noch Kate Welch, die ja hier auch, sagen wir mal, zumindest eine größere Rolle bekommt. Auch hier wollen wir gar nicht so viel verraten, aber sie ist natürlich auch ein Beispiel dafür, dass hier verschiedene Charaktere ganz, ganz anders dargestellt werden, als sie im Comic sind. Und was ich einfach mal jetzt mal rausnehmen möchte, man sieht das auch schon ein bisschen an dem Promoart, deswegen ist es keine Überraschung, ist die komplett andere Darstellung von Luthor, beziehungsweise Moonboy, beziehungsweise Nummer 1. In den Comics ist das ein Typ in einem Affenkörper. Und nicht nur einfach in einem Affenkörper, das ist noch ein besonderer Körper, der offensichtlich mit irgendwelchen Schläuchen verbunden worden ist, da wird immer irgendwelche Flüssigkeiten werden da hin und her gepumpt und was da genau mit dem los ist, wird glaube ich im Comic auch gar nicht so genau gesagt, zumindest nicht in den ersten, ähm, in den ersten beiden Bänden, beziehungsweise nur so am Rand, finde ich. Ja, und in der Serie ist es eigentlich erst einmal nur ein ziemlich krass breiter Typ, bei dem dann später klar wird, okay, er sitzt irgendwie auf einem Gorilla-Körper, aber diese ganze Schlauchgeschichte fehlt, diese ganze fantastische Darstellung fehlt, es ist irgendwie simpler, oder? Es wurden ziemlich viele Fantasy- und Science-Fiction-Elemente aus der Serie reduziert, ich denke einfach, sonst wäre das vielleicht für das Netflix-Publikum ein bisschen zu abgedreht geworden. Genau, also da hatten sie halt auch die Möglichkeit, äh, andere Kniffe einzusetzen, ja, die ja mitten in der Serie noch gezeigt werden, das fand ich eigentlich sehr gut. Ja, das ist, was ich meine, dass halt der Comic, ähm, ziemlich abgedreht wirkt und die Serie im ersten Moment nicht so, obwohl man halt diese Elemente hat, wie, wie Pogo oder, ähm, auch die Mutter von den Geschwistern oder, ähm, ja, oder überhaupt die Kinder, was für Superkräfte die haben, sodass das so diese Elemente sind, die abgedreht sind, aber mehr ist dann, soll dann sonst auch nicht so sein. Nee, die Serie ist wirklich deutlich geerdeter. Genau, ja. Ich find's generell gut, wenn sich eine Serie ein bisschen von den Comics unterscheidet, weil dann hat das auch einen gewissen Mehrwert zu lesen, weil wenn du exakt dasselbe im Comic-Format hast, dann hab ich jetzt auch nicht die Muße, mir den Comic dann nochmal durchzulesen. Also so ging's, so ging's mir da auch, weil ich hatte gerade so bei Entwicklung der Story gedacht so, ach, ist ja doch ganz schön anders und dann eigentlich hast du nur die Elemente gehabt, wo du dachtest, ach so haben sie das jetzt hier gelöst, ah, clever. Und auch eher zum Ende hin, so war ich also sehr positiv überrascht, wie sie das gedreht haben. Eben, das war dann der Faktor, wo wir als Comic-Leser dann auch stellenweise auch nochmal richtig überrascht wurden, weil dann einfach Sachen kamen, mit denen wir nicht gerechnet haben. Folgender Vorschlag, wir machen jetzt einfach ein Kurzfazit, ein Spoilerer ist freies Kurzfazit, so eben wie auch bei dem Comic und danach steigen wir knallhart ein in die Details. Wer sich also mega wegspoilern lassen möchte oder eben Bock hat, mit uns so ein bisschen rumzunörden oder uns zumindest dabei zuzuhören, wie wir das tun, der kann das dann im extra-Spoiler-Bereich machen, den werde ich entsprechend auch in den Shownotes erkenntlich machen, den werde ich als Kapitelmarke erkenntlich machen, so dass ihr das direkt anspringen könnt und ja, ich denke, wir können einfach, weil Pia hier wahrscheinlich diejenige ist, die von uns allen die meiste Ahnung hat, wenn du jetzt erstmal ein Fazit ziehen möchtest, gerne auch ein Spoiler-freies Fazit, wie sähe das aus? Ja, also ich war wirklich absolut positiv begeistert, also wenn ich eine Punktzahl geben soll von 1 bis 5, dann würde ich direkt 4,5 Punkte tatsächlich geben, weil ich es ganz wichtig finde, wenn eine Serie spannend ist, wo man nicht mehr aufhören möchte, die nächste Folge zu gucken, obwohl ich jetzt nicht das Gefühl hatte, dass unbedingt so krasse künstliche Cliffhanger eingeführt worden sind, das war nicht der Fall, aber es war trotzdem spannend, dass man sagen muss, also von meinem Teil, dass ich die weitergucken will und das war aber was anderes, es war, ging ein bisschen in die Science-Fiction-Richtung, wie gesagt, Comedy-Thriller haben wir, also ich hatte sämtliche Emotionen, die man bei so einer Serie haben kann, wurden meiner Meinung nach schon abgedeckt. Super, und wird es den Film, äh, Quatsch, den Film, und wird es die Serie wem empfehlen? Wem kann ich die Serie empfehlen? Oh Gott, also jemand, also der schon Lust hat auf etwas abgedrehtere Serien, die nicht allzu realistisch sind, wo man offen für neue Sachen ist und, ähm, und auch vielleicht auch, ähm, auch vor, also keine Probleme damit hat, wenn nicht alle Fragen hundertprozentig beantwortet werden und vielleicht auf nächste Staffeln warten müssen. Ja. Guter Punkt. Marc, wie sieht das bei dir aus? Was ist dein Fazit zur Serie? Gucken, 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 einfach nur gucken. Das ist, äh, also ich kann dazu nur empfehlen, den Trailer zu gucken mit der 80-Jahre-Mucke, weil der zeigt, wie die Serie eigentlich ist, so vom, vom Feeling. Und, äh, die Musik läuft eigentlich seit Tagen hier hoch und runter. Ich glaube, die läuft bei mir fünfmal am Tag mindestens. Ne, also ich finde die super, die Serie. Also von mir, äh, auch definitiv eine 4,5 und, äh, mit Musikbonus eine 5. Und, äh, ja, ich empfehle die auch schon quasi jedem, den ich kenne. Ja, aber ist ein guter Punkt, nämlich die Musik selbst, die man auf jeden Fall positiv mal erwähnen muss. Bevor wir den Patrick hier zu seinem Fazit zwingen, würde ich mich einfach mal vordrängeln, den habe ich gerade einfach so gemacht. Ist geil, was ich einfach alles so machen kann, der Hammer. Okay, also kurzum, diese ist toll, sie ist, obwohl sie irgendwie ein bisschen fantastische Elemente hat und natürlich auch ein Stück weit absurde Sachen bietet, äußerst unterhaltsam und auch bodenständig. Das ist das Eigentliche, was ich damit sagen will. Bodenständig, so bodenständig eben eine Superheldenserie mit einem Affen sein kann, aber sie ist unterhaltsam. Alle Charaktere kriegen im Laufe der Zeit echt noch Tiefe. Sie kriegen mehr Tiefe, als sie in den Comics bekommen. Sie interagieren sehr gut. Ich würde fast so weit gehen, ich habe mit dem einen oder anderen Charakter ein bisschen mitgelitten und das tue ich nicht immer bei fiktiven Figuren und deswegen kann ich die Serie wirklich sehr empfehlen. Es ist total gut, dass man hier nicht den Fehler macht, jede Woche eine neue Folge zu bringen, sondern alles auf einmal rausballert und man das so richtig schön wegbischen kann, denn das sind zehn Folgen in der ersten Staffel, die jeweils knapp eine Stunde gehen und das kann man sich zum Beispiel wie die Pia das gemacht hat, auch gerne an zwei tollen Tagen einfach mal reinballern. Ist ein cooles Ding, gönnt euch das, wer also ein bisschen dieses bodenständigere mag, wie gesagt in einem relativen Blickwinkel gesehen, der sollte sich die Serie auf jeden Fall geben, ich kann sie auch empfehlen und die erste Folge, vielleicht auch die zweite und vielleicht auch die dritte sind nicht super repräsentativ für die gesamte Staffel, die Serie wird besser von Folge zu Folge und spätestens ab Folge fünf seid ihr dann noch mittendrin, dann wollt ihr auch wissen, wie es weitergeht, dann passieren plötzlich neue Sachen, dann gibt es da Geschwindigkeit, die plötzlich in die Serie reinkommt, dann haben einzelne Charakter noch Entwicklungen und Geschehnisse, beziehungsweise Dinge, die denen passieren, teilweise herbe Schicksalsschläge, die einfach gut sind und deswegen die Serie zu einer Empfehlung machen, aus meiner Perspektive. Patrick, wie sieht's bei dir aus? Jetzt haben wir uns so lange drauf gefreut. Wie ist dein Fall? Also, ich war auch ziemlich positiv angetan und hätte ich nicht zwischenzeitlich arbeiten müssen, ich hätte das Ding wahrscheinlich auch durchgebincht und wo du auch drauf angegangen bist, es ist gut, dass die das am Stück rausbringen, ja, dadurch läuft die Serie eben nicht die Gefahr, dass man wie zum Beispiel bei Westworld schon fünf Folgen vorher weiß, wie es ausgeht und das ganze Internet voller Theorien ist, so und so wird es ausgehen und trotzdem hat sich diese Serie bemüht, für jede Folge so einen gewissen Cliffhanger zu machen, dass du am Ball bleibst, dass du weiter schaust und ich fand das auch super von den Charakteren ausgearbeitet und von der Musikuntermalung war es auch richtig genial gelöst, also da hatte man wirklich schöne Sequenzen, die von der Musik auch richtig getragen wurden, ich denke, da hat man dann auch den Einfluss von Jared Way gespürt, der dann ein bisschen wohl drüber geschaut hat, dass da so ein bisschen eine gewisse Ästhetik drin ist und ja, bei mir lief der Soundtrack auch so ein bisschen rauf und runter und ich kann das jedem empfehlen, der Bock hat auf eine ungewöhnliche geerdete Superhelden-Serie sehr gut der Medien kann man das überhaupt vergleichen oder sind das letztlich auch ganz unterschiedliche Zielgruppen weshalb sich so ein Vergleich nicht unbedingt anbietet wir freuen uns auf Feedback denn ihr wisst das ganze hier ist ein Hobbyprojekt auch wenn wir eben Rezensionsmaterialien bekommen an dem Spaß hier verdient keiner was und das Feedback ist letztlich die Bezahlung des kleinen Podcasters und wie gesagt da würde ich mich mega freuen wenn ich von euch was höre wir antworten sogar auf Feedback so wenig ist das mega nice hier ist der Punkt gekommen wo wir spoilern und zwar wie die Sau wir werden jetzt hier einfach mal wahllos drauf los irgendwelche Sachen erzählen die ihr vielleicht nur wissen könnt wenn ihr das Finale gesehen habt oder gelesen habt die ihr nur wissen könnt wenn ihr wisst wer tot ist und wer dann wie reagiert oder vielleicht auch nicht tot ist und da gibt es eine ganze ganze Menge Szenen die wir hier vielleicht mal besprechen sollten ich fange mal einfach mit einem Beispiel an wo ich euch eine Frage stellen möchte nämlich zu Vanya wir wissen spätestens am Ende des ersten Bandes dass Vanya offensichtlich zumindest zeitweise so eine Art Bösewicht ist sie ist jetzt also eben einfach mega krass jetzt hat einfach ihre Fähigkeit quasi gefunden aber die findet sie zum Beispiel auch auf eine komplett andere Art und Weise als sie sie in der Serie findet in der Serie finde ich es viel nachvollziehbarer also sie findet diesen Typen der quasi die Pillen absetzt und weil sie die Pillen nicht mehr nimmt hat sie quasi neuen Zugang zu ihren Emotionen und die ermöglichen ihr den Zugang zu ihren Kräften in der Comicserie ist es ja letztlich so ein Orchesterleiter von einem Orchester neben sie vorspielt der den Weltuntergang will und das ist alles ein bisschen absurd irgendwie und ich weiß auch nicht genau warum aber letztlich er macht ein Experiment mit ihr oder flößt ihr was ein und dann hat sie plötzlich ihre Kräfte und sieht auch aus wie eine weiße Violine White euch Vanya insbesondere auch die Frage wie gefiel euch die Umsetzung in der Serie Patrick wie sieht es bei dir aus was ist deine Meinung zu ihr so wie in den Comics hätte man Vanya schwer darstellen können als quasi menschliche Geige also da bin ich wirklich froh dass sie da rausgebrochen sind und die eher zu so einer Art Dark Phoenix gemacht haben auch wenn ihr Werdegang wirklich sehr sehr schnell vorhersehbar ist und man sehr sehr schnell weiß wer diese Apokalypse auslöst oh ja ich wusste das schon bei Folgen ja spätestens da spätestens da weiß man es ja aber ich habe das auch schon vorher vermutet also es war ja von Anfang an klar dass sie keine Superkräfte haben sollte angeblich und es war aber schon irgendwo schon in den ersten Folgen hatte ich schon vermutet ja wenn das jetzt die typische Helden Story ist ja die man so in kennt dann wird bestimmt irgendwas mit ihr sein irgendwas wird in ihr schlummern was wahrscheinlich später dann rauskommt weil sonst würde das keinen Sinn machen also das es war schon sehr vorhersehbar wenn man viele Storylines mitgekriegt hat in seinem Leben ja es sind eben oft die unterdrückten Mauerblümpchen die dann irgendwann ja obwohl da hätte ich gerne gesehen wenn ich das Comic nicht gelesen hätte ob es mir so schnell aufgefallen ist die haben immer versucht drum rum zu schiffen was auch irgendwie logisch war aber ja durchs Comic ja ich hatte das Comic halt gar nicht gelesen vorher und mir ist es sofort aufgefallen also ich die die positiv überrascht haben wenn ja welche wenn nein warum nicht ja also man hat am Anfang ja noch nicht so mitbekommen wie die Kids die jetzt erwachsen sind ob die überhaupt gut kämpfen können oder wie die ausgebildet worden sind und ich war zum Beispiel sehr überrascht als der 13-jährige Nummer 5 ja genau dass der eben mal so eine ganze Horde von militärisch ausgebildeten Menschen einfach so im Alleingang umbringt und wie er das macht und wie das dargestellt worden ist also es war schon sehr erschreckend und ich war schon sehr überrascht in diesem Fall ja und dann auch solche Geschichten wie das ganze Thema der Zeitreisen und wie das so ausgedacht hatten und diese ganze ich weiß nicht was das sein darstellen sollte diese Agentur oder diese Firma oder was auch immer das war die halt im Hintergrund so ein bisschen die Fäden zieht und ja ich wusste vielleicht nicht wie man das so beschreiben soll und dann das was mit Klaus passiert ist so die ganzen kleinen Mini Nebengeschichten also es gibt ja in der Serie so einen Hauptstrang und dann gibt es immer so wieder so kleine Nebengeschichten die die Charaktere durchleben und die einfach sehr untypisch sind bei einer sagen wir mal Superhelden Serie oder generell feine Serie man erwartet das einfach nicht weil das einfach zu abgedreht teilweise ist aber positiv ne also ja 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 genau ja also wie gesagt ich finde das gut also außer halt die Situation mit Vanya war für mich schon ein bisschen vorhersehbar wobei ich aber auch sagen muss dass die letzten Folgen aber sehr sehr gut umgesetzt wurden was halt dann auch ihre Emotionen angeht und auch grafisch oder CGI technisch gesehen was in der letzten Folge da abging also es war schon sehr schön anzusehen auch wenn das mit ihr so ein bisschen vorhersehbar war es schön anzusehen mit zu verfolgen und dann die ganzen kleinen Nebencharaktere oder Nebengeschichten die man nicht erwartet hat das war sehr interessant also ich war halt nie gelangweilt und für mich ist das wichtig als als Endverbraucher also als Konsument dass ich halt nicht gelangweilt werde sonst schalte ich ab oder schalte ich weg oder dann gibt es Menschen die sich Serien auch angucken nur weil sie mitreden wollen und dann quälen sie sich durch durch eine ganze Serie oder wenn man sich auf einen Podcast vorbereitet muss man ganz schlimm ja dann muss man ja auch das alles angucken obwohl man es vielleicht gar nicht mag so aber ich habe mich also ganz im Gegenteil ich habe mich gar nicht durchgequält ich fand es einfach super unterhaltsam und mal was Neues und nicht dieses Altbacken oder was du sonst immer jedes Mal da sprichst du aber einen guten Punkt an auf den ich gerade sowieso hinaus wollte denn ich habe zu Beginn ja schon gemeint ich habe es jetzt nur siebeneinhalb Folgen von zehn gesehen ich kenne das Finale also nicht wovor ich aber Angst habe und das ist letztlich auch das was Patrick jetzt mit der Vergleich zu Dark Phoenix auch meinte ich habe ein bisschen Angst dass und das kommt jetzt eigentlich schon in so weit wie ich jetzt geguckt habe schon so ein bisschen raus dass Vanya also die von Alan Page gespielte Figur jetzt am Ende einfach quasi total den Hass eingeredet bekommen hat auf ihre eigene Familie und jetzt in total rührenden aber übelst vorhersehbaren wenn nicht gar anstrengenden Monologen ihrer Familie vorwirft was sie alle schlecht und falsch gemacht haben und dann eskaliert es ganz schlimm weil dann ihre Emotionen in Wallung geraten und sie keine Ahnung was für schlimme apokalyptische Sachen anstellen muss ist es eine Angst die ich zu Recht habe oder ist das Ende irgendwie episch und trotzdem nachvollziehbar also wenn dann kaschieren sie es sehr gut also ich habe das also ich empfand das so als wenn sie das schön kaschiert haben und du deren Motivation warum sie vielleicht hasserfüllt ist überhaupt aus ihr rauskommt ja also fand ich das war jetzt nicht so plump wie man vielleicht vermuten würde und nicht so plump wie in den Comics mit dem Hintergangssuit ja genau also ich finde du hast halt immer es gibt so einen Punkt wo du sagst okay ja jetzt jetzt muss sie richtig loslegen und so aber irgendwie versuchen alle diese Familie zusammenzuhalten ja auch sie selber und dann gibt es irgendwo so einen Punkt wo das dann kippt wo du aber halt auch irgendwie verstehst ja gut sie kommt da jetzt nicht mehr raus aus der Nummer ja so gefühlstechnisch fand ich ganz cool das war für mich so ein emotionaler Moment wo das bei ihr dann gekippt ist wo sie erfährt dass dann quasi ihre Schwester damit vielverantwortlich ist das war so für mich so einer der emotionalen überraschenden Momente in der Serie genau dürfen wir eigentlich sollen wir jetzt Andi auch spoilern ich voll spoilern also ich habe ich habe die ganze Zeit darauf gewartet wann kommt der Hieb mit dem hier Geigenstab und dem Kehlkopf-Schnitt oder wann wird Pogo gekillt quasi ja ey hör auf ich habe eigentlich darauf gewartet zeigen sie es genauso wie im Comic oder nicht und dann hast du gemerkt sie machen es ein bisschen seichter also haarbloser war ich ein bisschen froh sogar ja ich hätte es schon gerne gesehen das war so ein Schockmoment gerade im Comic in der digitalen Version wo du nicht alles gleich gesehen hast Platsch fertig oder wir können uns doch alle einig sein wo Klaus von Cha-Cha-Cha und den anderen gefoltert wird das war auch ein ziemlich lustiger Moment ja das war ein wirklich sehr sehr lustiger Moment ja und spätestens da war ein Klaus dann auch richtig sympathisch ey der hat sich aber auch so krass entwickelt ja ja das ich habe dir am meisten mitgelitten irgendwie ja also ich fand das ganz schlimm da was da mit ihm passiert ist da also da genau auch dieser Zeitspruch genau ja das war aber so toll also ich hätte nicht erwartet dass der mich mal so mitnimmt also von am Anfang ja das Witzige ist ja diese emotionale Achterbahn in der Serie ja zuerst ist Klaus todtraurig weil er da wahrscheinlich einen geliebten Menschen verloren hat und dann in der nächsten Sekunde muss ich wieder lachen weil die dann da in dieser Veteranbar stehen und ich wusste ganz genau yes jetzt geht gleich die Schlägerei los und dann weißt du zuerst zuerst vergiesse ich so eine Träne und dann im nächsten Moment muss ich wieder lachen weil ja das das war auch dieser gekonnte Spagat den die Serie wirklich geschafft hat dass sie sich nicht wie viele Netflix-Serien ein, zwei Folgen zu lang angefühlt hat sondern von der Auflänge her war es genau richtig aber erst mit der Zeit also ich habe ja gemeint die Serie braucht ein bisschen um warm zu werden und ganz ehrlich also wenn du nur die ersten beiden Folgen guckst da hast du nicht unbedingt Bock weiter zu gucken du musst das schon bis zur dritten, vierten, fünften weiter gucken finden nee aber nee finde ich nicht ich hatte voll Bock genau bei mir war das so okay an dem Punkt wo die Nadel auf die Platte gelegt wurde und die Musik losging hat mich die Serie gehabt also dieser Breakfast Club Moment wo sie eigentlich in der Bude abtanzen genau das war so gut nee aber es ist mir lieber wenn eine Folge ein bisschen braucht bis sie in Fahrt kommt als wenn sie am Ende hin richtig abflacht also da haben sie sich wirklich von Folge zu Folge kontinuierlich gesteigert und auch wenn es vorhersehbar war man hat die Beweggründe von allen Charakteren gut verstanden und es wurde wirklich gut herausgearbeitet genau auch hier bei bei Rumor mit dem Familien-Twist so warum sie jetzt alleine ist und also diese Kraft anwendet in der Familie und das durch Scheidung anscheinend führt das haben das war schon auch schön also oder ja welche Sequenz ich auch cool fand wie sie Boy diese ganze Armee zu dem Queen-Soundtrack quasi auseinander genommen hat das finde ich auch sehr schön habt ihr das mitgekriegt die haben ja ab und zu also da hatte ich gedacht oh schade haben die die Masken aus dem Comic nicht auf die haben nachher im Comic da die Masken aber zum Schluss hin ich glaube in der letzten oder vorletzten Folge gibt es ja so einen Shot in den Raum wo die Koffer stehen ja wo er das das ist aber das muss schon sechste oder siebte Folge genau da hängen ja die Masken rum da war ich schon wieder bedient also das war super zum Schluss ist ja auch nochmal der wo sie auf die rumschießen das also die die Serie spielt auch immer wenn man denkt als Leser also der die Comics gelesen hat ach schade das haben sie weggelassen gibt es immer mal so einen kleinen Seitenhieb auch dieses Mädchen die Tochter von Ruma sagt ja erzähl mir die Geschichte mit dem Eifelturm also es gibt immer so kleine Zitate das war sehr toll also es steckt sehr viel Liebe im Detail auch ja ja generell auch wir sehen ja auch gelegentlich einfach mal Comic Hefte genau das sind einfach die Cover und Artworks eben vom Original Comic genau das gab es in einer Folge noch so richtig schön da gab es eine richtige Sequenz im Stil der Comics da dachte ich auch ja coole Idee mega nice ja das Drehbuch wollte ich auch noch so zu sagen von der ganzen Serie hat der Steve Blackman geschrieben der sogar auch wie ich jetzt gerade sehe wie ich jetzt gerade sehe dass er Fargo geschrieben hat und die Serie Legion wie ihr vielleicht auch kennt die X-Men Serie sozusagen und Altered Carbon die Netflix Serie die ich auch absolut empfehle und in den Himmel lobe und sogar noch mal geguckt habe eigentlich habe ich gar keine Zeit dafür so viele Serien zu gucken aber ich habe die dann noch mal die ist auch total genial also spricht halt voll für ihn das er macht einfach super super Drehbücher was man jetzt vielleicht noch hätte gern also was ich gerne noch gesehen hätte wären noch so ein bisschen mehr Kostüme in der Comic Serie tragen die ja zeitweise dauernd ihre Kostüme also wirklich so richtig Superhelden Kostüme und gerade hier die Vanya bekommt dann ja auch noch mal ein richtiges komplettes neues Design im Comic das ist in der TV Serie ein bisschen untergegangen oder? ja der Superhelden Aspekt ging irgendwann ziemlich flöten aber das hat mich nicht gestört weil die Charaktere eben gut ausgearbeitet waren ja würde ich auch so sagen du kannst ja jetzt noch diesen Moment wo du mich dann gefragt hast sag mal kann es sein dass der Alien war der Ziehvater das kannst du ja noch mal achso ja die Szene ja genau die kann ich ja jetzt spoilern genau da gab es fast zum Schluss ich glaube in der letzten Folge müsste es gewesen sein oder in der vorletzten Folge da hatte man einfach so direkt am Anfang der Serie direkt am Anfang einer Folge gesehen wie der der Adoptivvater mit seiner sterbenden Frau in einem Zimmer in einem Zimmer sind und die sterbende Frau will sich wohl irgendwie von ihm verabschieden oder meinte halt eben ja ich bei mir ist jetzt irgendwann vorbei und jetzt 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 geh doch auch mal irgendwie oder mach mal was du ne und und dieses dieses ganze Zimmer sieht irgendwie sehr modern also sehr Science Fiction mäßig aus also die ganze Einrichtung irgendwie sehr seltsam und man sieht dann dass er zu einem Fenster geht und aus diesem Fenster guckt man dann halt raus der Zuschauer sieht dann dass es eine ganz große Fläche gibt wo irgendwie so kleine ich glaube kleine Gerätschaften oder Raumschiffchen oder so stehen irgendwo rum und dann sieht man wie Raketen in die Luft schießen und von einer recht leeren Landschaft ja und dann das hat mich sowas von aus der Bahn geworfen ich hab das nicht verstanden er hat dann so ein Glas er hat dann so ein Glas genommen oder so einen kleinen Behälter und da waren da so kleine leuchtende gelbe ähm Kugelchen oder Dinger oder Samen oder sahen so aus wie ich glaub wie wie Blumensamen oder so und die hat er dann irgendwie liegen lassen und die haben so geglitzert oder als ob das Feenstaub wäre ich weiß das nicht ich hab das nicht verstanden ja es war nicht eindeutig ja und dann genau und ähm dann hat er dem irgendwie nur nachgeguckt und dann war da war schon wieder Szenenwechsel ja und man man hat nur gesehen dass er auch irgendwie zum Tisch gegangen ist das geholt hat und dass diese Gläser und die Karaffen irgendwie ganz seltsam aussahen also das sah nicht von dieser Welt aus und dann hab ich halt Patrick gefragt was war das ich verstehe das nicht das wurde in dieser ganzen Serie nicht erklärt und dann ist das ja vielleicht ein Außerirdischer weil das sah irgendwie so aus als ob das nicht von der Erde aus irgendwie ähm wurde oder also ihr wisst schon was ich meine also auf der Erde sein soll ja genau und ich hatte den Comic halt noch nicht gelesen und in der ganzen Serie wurde niemals in irgendeiner Weise erwähnt dass er ein Außerirdischer sein soll und deshalb deshalb wäre das halt für Serienzuschauer halt schon irgendwie ein Spoiler weil das ja es soll halt denke ich mal auch Fragezeichen aufwerfen so wie es mir auch ich denke dass sie auf dieses Mysterium spätestens in der zweiten Staffel ein bisschen mehr eingehen werden ja aber hätte ich die Comics nicht gelesen dann wäre wäre ich auch ziemlich verwirrt gewesen und hätte mich gefragt was soll das jetzt na so wie das inszeniert war war das eher so wirkte wie Superman Krypton was gerade untergeht und wir flüchten jetzt immer ja genau man hat dann in der nächsten in der nächsten Szene hat man gesehen wie er dann in den 60ern oder 70ern oder ich weiß nicht zu welcher Zeit stimmt ja dann kauft er da das Gebäude zu dieser Umbrella Academy und dann dachte ich immer so hä also angenommen das wäre jetzt irgendein anderer Planet gewesen wie kommt er denn zu der Zeit jetzt hin oder kann er vielleicht selber schon Zeit reisen und ich habe mir tausend Fragen gestellt und die werden halt nicht beantwortet so und ja aber die Serie die Serie lässt ja auch ein sehr offenes Ende deswegen denke ich dass da die Fragen beantwortet werden wenn Netflix nicht schon wieder eine Superheld-Serie vorab cancelt ey ich hoffe nicht ich auch nicht also ich fand auch gut gerade wo man nochmal sieht dass er Alien wird oder ist im Comic ist das ja quasi auf den ersten zwei Seiten und auch sehr plump gemacht aber gut reicht und hier haben sie ja die Geige etabliert da haben sie ja gesagt hier such dir eine andere die sich darauf genauso konzentrieren kann wie ich und das fand ich ganz cool diesen im Endeffekt wurde Vanya ja immer so drauf trainiert dass sie sich konzentrieren muss fokussieren muss und was ich richtig gut fand ist zum Schluss fokussiert sie sich quasi auf einen Herzschlag und haut dann alles um das war auch schön emotional so ja mega nice vielleicht noch eine Frage zum Schluss also eigentlich will ich nur ganz offen in die Runde fragen ob es jetzt noch Punkte gibt die wir erwähnen sollen Szenen die euch besonders im Kopf geblieben sind irgendwelche Dialoge irgendwelche Sets meinetwegen oder irgendwelche Kostüme oder denkt ihr wir haben jetzt hier die wichtigsten Sachen zur Serie schon genannt ja also ich fand das Kostüm von der Mutter ganz interessant ich glaube hieß sie Grace oder hat man sie so genannt ich glaube sie hieß Grace ja ja Grace genau ja das war sie trug halt immer sehr sehr hübsche Kleider so aus den aus den 60ern also immer immer derselbe Stil und obwohl sie halt kein Mensch in dem Sinne ist also so eine Android also ich fand es ich fand es trotzdem sehr emotional also dieser Charakter wird trotzdem sehr emotional dargestellt und auch die Kinder beziehungsweise die Geschwister hatten auch eine emotionale Bindung zu ihr obwohl sie alle wussten dass sie dass sie kein Mensch ist bei der Erziehung vom Vater da ist eben Affe und Noraborschein noch das was ihnen am meisten Menschlichkeit geboten hat das stimmt allerdings ja den Pogo den haben sie der ziemlich quasi vereint aus dem Diener und dem Kumpel so im Comic ist er ja quasi so ein Sidekick von Nummer 5 Nummer 5 genau und fand ich auch ganz gut dass sie den hier älter angelegt haben und die Rolle von dem Diener aus dem Comic damit quasi rein gemacht haben ja man kann auch erwähnen in den Comics gab es auch so eine kurze Sequenz wo Pogo und The Boy durch die Gegend geflogen sind was auch ganz nett gemacht war genau und in der Kampfszene quasi im Diner sind die beiden ja eigentlich im Comic Pogo und Pfeif und nicht so ein Reisender ja alles klar dann haben wir es jetzt glaube ich gepackt oder ich denke auch sehr gut das war also unsere ausführliche Besprechung zu so ziemlich allem was man gerade auf deutschsprachigem Raum von The Umbrella Academy bekommen kann also von den jetzt bei CrossCult erscheinenden Comics beziehungsweise der Neuauflage von der Serie die ihr jetzt ganz zeitnah bei Netflix sehen könnt und ich danke erst einmal meinen Gästen nämlich insbesondere Pia Marc und Patrick vielmals von ganzem Herzen dass ihr heute wieder am Telegram teilgenommen habt ihr drei habt immer einen Platz unter meinem Umbrella alles klar danke euch gerne tschüssi tschüss tschüss tschüssi 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 tschüssi